Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lauer und Wehner, der 92. Folge von Lauer und Wehner, dem Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Wir nehmen hier auf heute am Sonntag, den 21. März und ganz ungewohnterweise mal tagsüber und nicht mitten in der Nacht. Wir, das sind, das ist vor allen Dingen mein Podcast-Kompagnon, Dr. Ulrich Wehner, Strafverteidiger in Berlin. Hallo Ulrich, grüße dich. Hallo, guten Tag Christopher, du Publizist und Historiker ebenfalls in Berlin und Abgeordneter AD und in Spee. Ja, man merkt aufgrund der Uhrzeit spritzig wie Ahoi-Brause. Ulrich, wie geht's? Ah, ich dachte, du würdest fragen, was machen wir in diesem Podcast eigentlich? Nö, ich wollte vorher noch ein bisschen Smalltalk machen. Ja, gut. Gut, okay, schön. Ich gehe jetzt zu dieser amerikanischen Mentalität über, denn das ist ja diagnostiziert. US-Amerikanisch. US, völlig richtig, entschuldigen, wie konnte ich nur. Das ist ja, der amerikanische Kontinent ist ja in der Tat, ja, das schweifen wir jetzt ab. Oder Ameriko Vespucci, der da unten rumgefahren ist. Schweifen wir ab. Der US-amerikanischen Haltung über und möchte US-amerikanische Mentalität annehmen. Und da ist es ja keineswegs üblich, dass man irgendetwas Substantielles sagt auf die Frage, wie geht es? Es ist auch nicht üblich, dass die Antwort in irgendeiner Weise variiert und von der Standardantwort great abweicht. Deshalb, gut, gut geht's. Okay, super, das ist gut. Ulrich, wir wollen ja ein besonders niederschwelliger Podcast sein. Good talking to you, can I just say. It's great talking to you. Thanks for having me. Yeah, awesome, awesome. I'm so glad I'm here. Yeah, so, also Ulrich, traditionell, du erklärst meistens, was machen wir hier eigentlich bei Laura und Wiener? Ja, eine sehr schöne Frage, mit der ich gerechnet habe, sogar schon etwas früher gerechnet hatte. Wir sind die Pille gegen Pech beim Denken in der Sonderform auch für die Indikation gegen Intellectual Rigidity sind wir auch geeignet. Intellectual Rigidity ist das, was die US-amerikanischen Autoren aktuell diagnostizieren in Europa, wenn sie beschreiben oder analysieren, die Ursachen dafür zu finden suchen, warum mit dem insgesamt viel besseren Gesundheitssystem es nicht klappt, vielleicht mal wenigstens halb so viele Leute wie in den Vereinigten Staaten hier geimpft zu bekommen. Und da sagen sie, ja, das Problem ist Intellectual Rigidity, also übersetzt intellektuelle Rigidität. Da sind wir ein Mittel gegen und beides, also das Pech beim Denken und wird durch Intellectual Rigidity, die Vermeidung davon, wird das Pech beim Denken vermieden. Und Pech beim Denken insgesamt wird dadurch vermieden, dass man sich, wenn man sich aufregt, über Fakten aufregt, sich also faktenbasiert aufregt. Und im Übrigen, indem man die sich anstauenden negativen Emotionen ausspricht, im Dialog behandelt, sich gegebenenfalls faktenbasiert darüber aufregt und so seinen Emotionshaushalt reguliert bekommt. Wenn man das nicht tut, landet man früher oder später, offenbar viele früher in Kassel ohne Maske und blökt da rum oder an anderen Orten. Hat dann nämlich doch Pech beim Denken. Ja, das ist das Mittel gegen Pech beim Denken. Das sind wir, mach ich. Das sind wir. Und manchmal kommentieren sich die Sachen von selbst. Ja, das ist dann besonders schön. Oft, wenn es um Jens Spahn geht. Jens Spahn, man muss ja sagen, Klammer auf, auch so ein bisschen interessant. Also er hatte ja zwischendurch mal so eine Phase, wo er gar nicht so stark öffentlich in Erscheinung getreten ist. Das muss man jetzt so rückblickend sagen, tat ihm ganz gut. Ja, es gibt Leute, die noch näher am Gesundheitswesen dran sind als ich. Schwer vorstellbar, aber gibt es. Die sogar sagen, parteipolitisch unverdächtig und auch unverdächtig, spezielle Sympathien für Jens Spahn zu hegen. Die Personen sagen, dass tatsächlich die Arbeit des Bundesgesundheitsministeriums, geführt durch Jens Spahn auf Gebieten der Schaffung der elektronischen Patientenakte, bei der Schaffung digitaler Gesundheitsanwendungen, auf solchen Fachthemensektoren ganz respektabel sei. Gibt es Leute, die das sagen. Ich stelle das nur mal so in den Raum. Und ansonsten hat er es ja, ich erinnere mich noch, im ersten Lockdown, die Welt, es gibt ja eine neue Zeitrechnung. Früher Sommer, Herbst, Winter, das war früher. Jetzt zählt man einfach die Lockdowns. Lockdown 1. Ich weiß, was du letzten Lockdown gemacht hast. Jedenfalls im ersten Lockdown, als die USA, man muss sagen, es so versagten, da gab es dann Leute, die nach Deutschland schauten, aus den Vereinigten Staaten von Amerika. Und in einem dieser Interviews trat dann Jens Spahn auf, der so ein ganz passables Englisch, okay, das klingt jetzt ein bisschen sehr überheblich, aber der auf Englisch da antwortete. Und dann, natürlich kannte da in diesem Fernsehen da kein Mensch Jens Spahn. Und dann haben die den immer The German Clark Kent genannt. Und da war er noch wer. Und das ist er nicht mehr. Ja, also ich kann dazu nur sagen, ich kenne ja noch so das eine oder andere Mitglied der Bundesregierung und da wird halt tatsächlich gesagt, dass er ein Hochstapler ist. Das finde ich ganz interessant. Aber ja, Jens Spahn. Wir waren aber eigentlich dabei, dass sich die Sachen von selbst kommentieren. Ja, das versuchen wir, Klammer zu, das versuchen wir hier bei Lauer und Wehner, ein bisschen Bewältigung der Gesamtsituation, damit man halbwegs gut durch die Woche kommt, bei dem ganzen Wahnsinn, der so passiert. Feedback. Es gab Feedback aus der Community. Irgendjemand, der nicht in der Lage war, seinen Namen zu nennen, sondern nur bürgerlicher Name geschrieben hat. Ich habe den Kommentar auch nur freigeschaltet, weil ich dann über ihn schimpfen wollte. Ulrich, du sagst ja manchmal in diesem Podcast, habe ich dieses Mal nicht gesagt, hast du dieses Mal nicht gesagt, dass auch Mobiltelefon, Telefoniererei, dass die leitungsgebunden ist. Ja. Und da hat jetzt schon. Ist sie aber. Ja, da hat jetzt sich jemand darüber aufgeregt, dass das. Ich habe es aufgesprochen nicht verstanden. Tja, dann ist es schwierig und vielleicht nicht ganz sinnvoll, das weiterzugeben. Ja, vor dem Hintergrund möchte ich, Herr Dr. Wehner, bitten, sich in einer ruhigen Minute den Unterschied zwischen Paket und leitungsvermittelter Kommunikation zu Gemüte zu führen. Wir hatten das doch schon mal in einer früheren Folge. Ich habe doch auch zuerst gesagt, als du sagtest, am anderen Ende der Leitung und dann hättest du doch gesagt, wir telefonieren doch mobil. Ja, aber ich glaube, dieser Person geht es jetzt darum, ob wir quasi über das Internet irgendwie telefonieren. Also deswegen Paket vermittelt oder leitungsvermittelt. Und das muss ich sagen, ist ein, darum geht es uns nicht. Ich glaube, ich spreche auch für dich, Ulrich, wenn ich sage, es ist uns vollkommen egal, wie unsere Sprache durch die Leitung übermittelt wird. Wir wissen nur, es geht, die weiteste Strecke geht es über die Leitung. Ja. Ja, also wobei auch die Frage. Hier hat auch jemand kommentiert, Jan hat jemand auch noch kommentiert diesen Kommentar. Kannst du mir den Widerspruch zwischen leitungsvermittelter Kommunikation auf der einen und Internet-TM auf der anderen Seite noch einmal erklären? Nein, also ich meine tatsächlich den, ich hatte ja einen Widerspruch nur gesehen zwischen leitungsgebundenem Mobiltelefon. Da habe ich aber mit sehr geringem technischen Kenntnisstand gearbeitet, weil ich dachte, leitungsgebunden ist das nur, wenn unmittelbar an meinem Ohr eine Schnur ansetzt. Und ja, anyway, aber weder die Frage, weder die Frage, ob es paketgebunden ist, noch gar, noch tatsächlich auch die Frage, ob es wirklich leitungsgebunden ist, ist momentan ganz oben auf der Liste. Ich glaube auch. Lass uns das doch dadurch abschließen oder dadurch dazu übergehen, dass du die Frage der Woche stellst. Das ist, die interessiert nämlich wirklich. Ja, ja, ich wollte aber noch ein anderes schönes Feedback, nämlich hat jemand geschrieben auf Apple Podcasts, wenn der DJ auf meiner Beerdigung nicht Lauer und Wehner spielt, gehe ich nicht hin. Das finde ich ist ein schöner Kommentar. Ein sehr optimistischer Hörer. Ein sehr optimistischer Hörer. Und ich muss ganz, ganz kurz. Wer glaubt, dass er sich das aussuchen kann? Weil wir die Frage ja gestellt hatten im Podcast, weil es letzte Woche unklar war, ob denn jetzt in der Schweiz 53 Prozent der Wahlberechtigten oder der Stimmberechtigten abgestimmt haben, der Stimmberechtigten oder tatsächlich der Abstimmenden. Die Stimmbeteiligung war 41,4 Prozent, schreibt der Hieronymus, aller Stimmberechtigten davon hatten, haben 51,21 ein Ja zur Volksinitiative. Nein, von den abgegebenen Stimmen. Das ist ja immer noch nicht klar. Nein, 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 die Beteiligung, es waren, es haben sich 41,4 Prozent, das ist das, was wir Wahlbeteiligung nennen. Ich verstehe. Mach doch mal. Ja, also, ja, 41,4 Prozent derjenigen, die abstimmen, genau. Und von denen haben dann 51,21 mit Ja gestimmt. Das heißt, 20 Prozent der Wahlberechtigten. Nee, der, genau, der Stimmberechtigten, 20 Prozent der Stimmberechtigten. Ja, der Stimmberechtigten oder Wahlberechtigten, ja. Haben, genau, 20 Prozent der Schweizer haben jetzt festgeschrieben, die... Der Schweizer auch nicht, der Wahlberechtigten Schweizer. Die sind ja auch leitungsgebunden. Ab 18. Nein, da muss man jetzt schon präzise leiten. Genau. Aber dann haben wir das schon mal, dann haben wir, dann haben wir das schon mal... Ist das denn jetzt gesichert, was da... Der Hörer, die Hörer. Da ist auch ein... Ja, da ist, das ist auch mit Link... Wohin? Auf eine Seite der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Bundeskanzlei, BK, Volksabstimmung vom 7. 3. 2021, Volksinitiative, Ja zum Verhüllungsverbot. Ja, dann halten wir mal fest, dass, das ist ja dann auch noch, wenn man von einem Wahlalter von, wahrscheinlich ist es auch da 18 durchgängig, im Kanton Appenzell wahrscheinlich 45 und wenn man da nochmal von dem Wahlalter, nehmen wir mal 18 ausgeht, was dann in der Schweiz wahrscheinlich recht alte Bevölkerung, aber auch nochmal jedenfalls wahrscheinlich irgendwas so um die 10 Prozent der Bevölkerung. Dann nochmal zu Nichtwahlberechtigten macht. Dann haben also, sind die Wahlberechtigten sind 90 Prozent der Schweizer, davon haben 40 Prozent abgestimmt und davon hat es wiederum knapp die Hälfte oder nicht knapp die Hälfte, ganz knapp mehr als die Hälfte dafür ausgesprochen, sodass sich am Ende irgendwas um die 20 Prozent der Schweizer für eine Verfassungsänderung ausgesprochen hat. Das ist ja, das ist ja völlig absurd. Also ich kann es fast nicht glauben, aber. Da treibt es einem die Löcher aus dem Käse. Jedenfalls aus dem Appenzeller Käse. Jedenfalls ist das definitiv nicht die Lösung. Ich weiß nicht, welches Problem man durch diese Methode der Beteiligung der Bevölkerung an Entscheidungen, welches Problem man da lösen will. Ich sehe aber ganz viele, die man dadurch schafft. Das ist ja furchtbar. Das ist in der Tat überdenkenswert, um das mal so zu formulieren. Ja, und dann als allerletztes Feedback noch, Jan wies darauf hin, weil wir ja ganz kurz über das Thema Pflege geredet haben, dass ein ganz großes Problem in der Pflege auch dieses Fallpauschalensystem ist. Und da hat er recht. Das ist im gesamten Gesundheitswesen ein Problem. Also diese Fallpauschalen, dass du nicht mehr einfach dafür Geld kriegst, dass du deine Arbeit machst, sondern dafür Geld kriegst, dass du eine bestimmte Prozedur durchführst. Ja, wobei die Fallpauschalen wiederum eine Spezialität der klinischen Behandlung sind, wenn ich das richtig sehe. In der Pflege wiederum sind es Leistungskataloge. Aber ist das nicht genau fast dasselbe? Nein, das eine, die Fallpauschale ist, ja, bin ich nicht richtig darauf vorbereitet, aber die Fallpauschale ist in der medizinischen Behandlung, wenn ich das richtig sehe. Ja, also er berichtet hier aus dem familiären Umfeld, deswegen war ich gerade geneigt, Jan einfach mal zu glauben. Ja, glauben sowieso. Best effort. Aber ich glaube, wir sind uns aber beide einig, dass bei der Pflege einiges im Argen ist. So, jetzt sind wir fertig mit dem Feedback. Es sei denn, dass du noch Feedback bekommen hast. Wahrscheinlich nur Gutes. Ich habe nur Gutes, das ist fast etwas unangenehm, das zu zitieren. Das würde dann, das ist so gut, das klingt wie Lobhudelei. Das klingt, als hätten wir es selber geschrieben. So, jedenfalls, du wolltest ja schon zur Frage der Woche kommen. Wir reden aber, bevor wir zur Frage der Woche kommen, kurz darüber, worüber wir nicht reden. Weil es gibt ja Dinge, die sind so bescheuert, da reden wir nicht drüber. Man muss da strategisch drüber schweigen, worüber wir dieses Mal nicht reden. Wir haben ja in der letzten Folge schon vor allem gewarnt, wo das Wort Gipfel dran getackert wird. Wir reden heute nicht über den Impfgipfel, der, ich glaube, gestern oder vorgestern irgendwie stattfand. Mit dem grandiosen Ergebnis, Ulrich, halte ich fest, nach Ostern irgendwann sollen HausärztInnen einbezogen werden in die Impfung, in die Corona-Impfung mit, und jetzt halte ich fest, Ulrich, 20 Impfdosen pro Woche. Also, was ich mich da gefragt habe, ist, da würde ich dich um eine Einschätzung bitten, meinst du nicht, dass es da zu richtig krassen Szenen bei den Hausärzten kommen wird? Also nicht nur von Leuten, die also sofort geimpft werden wollen, sondern auch von zum Beispiel Leuten, die dann so einen Hausarzt überfallen, um da einfach 20 Impfdosen abzugreifen. Nein, das glaube ich nicht. Da sollte man, ich tue mich schwer damit, Vernunft zu attestieren, aber man muss sich immer wieder überwinden. Da habe ich tatsächlich überhaupt keine Bedenken. Ich glaube tatsächlich in weiten Teilen an die Vernunft des ganz überwiegenden Teils der Leute. Also ich sehe zwar einerseits auch, dass viele Leute ungemein dämlich sind, dass viele Leute ungemein gewissenlos sind, nach meiner Einschätzung. Ich glaube aber, und das zeigt ja auch die vernunftbasierte Haltung, die die Bevölkerung, die wir alle seit einem Jahr an den Tag legen, die jetzt so langsam etwas brüchig wird. Aber da kann man schon in erheblichen Teilen vertrauen in die Vernunftbegabung und obendrein noch in die Vernunftbegabung der deutschen Vertragsärzte. Und natürlich gibt es da, wir erleben ja eindrucksvolle Beispiele davon, dass sich Menschen da bereichern und auf Kosten anderer eben bereichern. Bereichern ist eigentlich im Wesentlichen auf Kosten anderer, das ist glaube ich ein Wesensmerkmal davon. Aber ich bin da sehr optimistisch. Das ist mir persönlich dann auch, okay, mir persönlich ist das jetzt nicht so von Relevanz, aber ich meine, es sollte allen dann auch tatsächlich egal sein, beziehungsweise das muss man in Kauf nehmen, dass von den 101.932 Hausarztpraxen oder Kassenarztpraxen in Deutschland, dann sind da von mir aus 1.000, die da irgendwie versuchen, den schnellen Rubel zu machen. Das gibt es ja auf allen Sektoren. Es gab ja zum Beispiel diese, das war in Nordrhein-Westfalen so wirklich abgrundtiefe Handlungen, bei denen ein, ich meine ein Apotheker oder ein, ich glaube es war ein Apotheker, der diese Zytostatika, also die Krebsmedikamente so verdünnt hatte, um dann mehr davon zu verkaufen. Also das gibt es alles, aber was will ich sagen? Ich habe da tatsächlich Vertrauen. Ich habe Vertrauen sowohl in die Ärzteschaft als auch in die Bevölkerung. Ich meine auch, es ist inzwischen so weit, dass man, man kann jetzt nicht beides haben, man kann nicht den raschen Impffortschritt haben, aber es dennoch bis ins kleinste Detail super korrekt ablaufen lassen haben, dann impft da halt irgend so ein bekloppter Hausarzt gegen 1.000 Euro den lokalen Bauunternehmer. Dann ist das halt so. Fertig. Darum ging es mir gar nicht. Also darum ging es mir gar nicht. Mir ging es tatsächlich, also wovor ich Angst habe oder was mir durch den Kopf ging, war halt tatsächlich Gewalt. Nein. Also ja, ich sage dir, ich sage dir warum. Ich sage dir warum. Also der George Miller, das ist ja der Regisseur von Mad Max, der hat mal ein Interview dazu gegeben, wie er überhaupt auf die Idee gekommen ist, den ersten Mad Max Film zu machen. Und das war ganz interessant, weil die Ideen kamen ihm halt in den 1970er Jahren während der Ölkrise in Australien. Ich dachte, als er ein kaltes Buffet in Westdeutschland besucht hatte. Ja, und das ist die Erfahrung, die alle anderen Leute dazu bringt, sich Gedanken darüber zu machen, ein Film wie Mad Max zu machen. Jedenfalls. Und es hatte damals in Melbourne, wo er lebte, was er selber als friedliche Stadt bezeichnete, hat es zehn Tage gedauert, bis es an einer Tankstelle zu einer Schießerei kam, weil da halt dann jemand tanken wollte, der nicht tanken durfte, weil es durften nur, ja, Essential Workers und so weiter und so fort tanken. Und ich sehe mir halt einfach vor, ja, aber gut, vielleicht, du bist wieder optimistisch, ich bin pessimistisch. Ich denke mir, es wird mindestens einen Blödi geben, der dann der Meinung ist, ich weiß ich nicht. Ich überfalle jetzt hier den Dr. Mustermann. Ja, genau, ich überfalle jetzt den Dr. Mustermann und werde schon Leute finden, die sich dann da impfen lassen. Ja, damit ist bestimmt zu rechnen. Also das, also ich habe deutlich mehr Furcht davor, dass jemand ausflippt, weil er meint, dass irgendjemand geimpft worden ist, aber eigentlich er oder sie selbst vorrangig hätte geimpft werden müssen. Das ist ein Impfneid oder wie man es nennen mag. Ja. Und jedenfalls ist mir im Rahmen dieser, ja, in den letzten Tagen ist mir lange darüber nachgedacht, was hier so der, was in der Mentalität möglicherweise verbesserungsfähig gesamtgesellschaftlich zu therapieren wäre. Und da kam mir der, der Begriff der Missgunst in den Sinn. Und da belegt sich weiter so, dass Missgunst so ein bisschen ein übermäßig stark ausgeprägtes Persönlichkeitsmerkmal bei uns im Lande bei vielen Menschen sein könnte. Weshalb es dann also nicht gelingt, mit etwas großzügigerer Vorgehensweise bestimmte Problemsituationen anzugehen, weil man versucht, aus Gründen der Missgunst so tiefgehende, so weitreichende Einzelfallgerechtigkeit zu schaffen, dass man letztlich gar nichts schafft. Nun ja, also jedenfalls das ist, wenn überhaupt, meine Furcht. Ansonsten kann ich das wirklich nur begrüßen. Ich glaube, in Brandenburg gibt es 3000 Hausarztpraxen. Das fand ich auch schon wahnsinnig viel. Hätte ich nicht gedacht. Da ist ein, im Bundesgebiet, ungefähr gut 100.000. Das heißt, da ist ein extrem dichtes Versorgungsnetz geschaffen. Und es ist ein, meine ich, Riesenpotenzial, das da noch zu heben ist. Es gibt wohl große Schwierigkeiten mit der Datenübertragung. Wie könnte es anders sein? Aber ein riesengroßes Potenzial, das meines Erachtens super effektiv und effizient impfen kann. Ja, da gibt es auch keinen Widerspruch. Ich habe mich ja über die 20 Impfungen pro Woche aufgeregt. Ja, ja, richtig. Also es ist wohl eine, klar, Impfstoff ist knapp. Und eine andere Problematik ist tatsächlich die Datenübertragung. Datenübertragung, das wiederum ebenfalls nicht so mit einem Fingerschnipp zu lösen. Die Datenübertragung in Pandemiesituationen bei Impfungen im Rahmen von Pandemielagen ist anspruchsvoller als die bloße Grippeschutzimpfung. Also es reicht nicht. Anscheinend. Ja, mit einem gar nicht so schlechten Grund. Also du kannst nicht so hingehen, wie du sonst da irgendwie pro halbe Stunde 20 Leute gegen Grippe impfst. Das kannst du jetzt in dieser Corona-Situation nicht machen, weil die Impfdaten gemeldet werden müssen ans Robert-Koch-Institut. Damit dann feststellbar ist, inwieweit wahrscheinlich eine Immunität in der Bevölkerung eingetreten ist. Das ist natürlich schon super sinnvoll. Das kann eigentlich auch nicht so schwierig sein, ist es aber trotzdem, weil noch kein richtiger Weg für die Übertragung dieser Daten geschaffen worden ist. Deshalb ist zum Beispiel, deshalb macht man überhaupt Pilotprojekte, weil ich nämlich auch dachte, das kann ich, was soll ich sagen, Pilotprojekte üben, wie man so eine Spritze in den Arm haut oder was? Nein, das Pilotprojekt ist im Wesentlichen dafür und deshalb ein Pilotprojekt mit dem Ziel, diese Datenübertragung hinzukriegen, diese bürokratischen Teile der Corona-Schutzimpfung. Ja, so viel dazu. Ja, so viel dazu. Es sind übrigens 50.000 Hausärzte. Wieso sehe ich denn 101.932 Praxen gibt es in Deutschland? Ah, da habe ich nicht richtig weitergelesen. Ich bedauere das. Ja, 53.255 Hausärzte, richtig. Ich hatte das noch im D-Mark gerechnet. Ja, das passiert mir auch oft. So, kommen wir zur Frage der Woche. Die Frage der Woche wird gestellt und beantwortet mit Ja und Nein und nicht weiter kommentiert. Frage der Woche. Diese Woche wird der Lockdown bis Ende des Jahres weitergehen und unsere Antwort ist Ja. Ja. So, und weil wir ja in einer Zeit leben, die von Härten geprägt ist, wo man wenig zu lachen hat, hatten wir uns überlegt, man könnte ja mal wieder ein Buch auspacken, aus dem man kurz mal was vorliest. Langjährige Hörerinnen und Hörer des Podcasts werden wissen, wir haben früher aus dem Klassiker vorgelesen, leider noch nicht den Literaturnobelpreis bekommen. Ulrich Wickert, der Ehrliche ist der Dumme. Das war uns zu ernst. Ich habe bei mir im Keller ein Buch aus meiner Kindheit gefunden, das Superbuch der Witze, erschienen bei Bassermann. Über 3000 Lacherfolge steht auf dem Titel drauf. Das verspricht lustig zu werden. Wir konnten im Vorspräch nicht feststellen, von wann dieses Buch genau ist. Es wurde zusammengestellt von B. Bornheim. Das ist garantiert ein Pseudonym. Und es ist, wie gesagt, unklar. Ich musste es irgendwann in den frühen 90ern bekommen haben. Gedruckt jedenfalls wurde es zu einer Zeit, als Deutschland noch vierstellige Postleitzahlen hatte. Und ich werde jetzt einfach mal einen Witz vorlesen aus diesem Buch. Doch, das Häuschen interessiert mich sehr, sagt der Kunde zum Häusermakler. Dieses möchte ich gerne kaufen. Und wie haben Sie sich die Abzahlung gedacht? Zahlen Sie in Raten? Oder wollen Sie den Betrag von 400.000 Mark auf einmal zahlen? Klammer auf. 400.000 Mark, 200.000 Euro für ein Haus. Das war aber nicht in Berlin. Ach nein, am liebsten wäre mir eine Ratenzahlung von monatlich 150 Mark. Stutz der Makler. Ich bitte Sie. Das würde bedeuten, dass Sie rund 300 Jahre abstottern würden. Mit einem kurzen Blick auf das Haus meint der Kunde. Das sollte mir dieser herrliche Besitz aber nun wirklich wert sein. Tja, das ist vielleicht auch einer der Gründe niedergelegt in diesem Buch, warum es in Deutschland nicht richtig läuft. Ich glaube, das ist tatsächlich dieses Buch ist trauriges Zeugnis darüber, warum Deutschland so ist, wie es ist. Wir müssen es, glaube ich, wirklich noch weiter analysieren, bevor wir, das ist ja ein bisschen schmale Basis der Studie, jetzt hier ein Einzelfall. Ich empfehle immer, wenn schon Witze-Buch von Alexander Drottschdinsky, das verspottete Tausendjährige Reich. Ein Buch, das ich kürzlich antiquarisch erworben habe. Es ist aus dem Jahr 1978 und sammelt, ich glaube, ich habe es auch schon mal erwähnt, eine Sammlung von Witzen aus der Zeit zwischen 1933 und 1945, die tragischerweise für das Machen, wie man bürokratisch sagt, für das Machen des einen oder anderen Witzes, der darin niedergelegt ist, sind auch Leute zum Tode verurteilt worden, aber das ist in der Tat, finde ich, ein Buch, das wahnsinnig Hoffnung gibt, dass sich da Menschen in schwerster Zeit den Humor behalten haben. Mein Lieblingswitz ist ja nach wie vor der Mensch, der zum Standesamt kommt und seinen Namen ändern lassen möchte, weil er Adolf Scheißer heißt und er möchte lieber Arnolf Scheißer heißen. Tja, so viel dazu. Also, gut, an dieser Stelle noch der Hinweis, ihr könnt diesen Podcast unterstützen. Alle Informationen stehen auf der Webseite. Wir wurden im letzten Monat von 272 HörerInnen unterstützt. Bei denen möchte ich mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich bedanken. Ihr wisst, bis zum 1. Juli wollen wir 500 UnterstützerInnen oder wir werden den Podcast knallhart hinter die Paywall packen. Also, lest euch einfach durch, wie man diesen Podcast unterstützen kann auf der Webseite Dauerauftrag oder Paypal. Wir empfehlen 5 Euro im Monat. Und wenn ihr Susanne Klatten seid, könnt ihr auch gerne mehr bezahlen. Bevor die Grünen den Spitzensteuersatz anheben. Ja, auf wie viel wollen die Grünen den Spitzensteuersatz anheben? Auf 45 beziehungsweise 48 Prozent. Das ist ja katastrophal. Das Schlimme ist ja, dass die meisten Leute bei Steuern ja nicht verstehen, wie das mit den Spitzensteuersätzen, also wie das mit diesen Steuersätzen funktioniert. Ich glaube, das verstehen die meisten, aber einige verstehen es halt immer nicht. Nein, nö, nö, also die meisten Leute verstehen es nicht. Also, dass du eben dann nicht diese 48 Prozent auf dein Gesamtseinkauf... Nicht auf den ersten Euro, nein. Nicht auf den ersten Euro bezahlst, sondern eben erst auf den, weiß ich nicht, 101. Euro oder so, ja. Aber gut, vielleicht müssen wir dann nochmal eine Sondersendung... Ja, Steuersätze. Steuerrecht, Steuerstrafrecht, das ganze Programm. Es soll ja auch Leute geben, die nicht verstehen, was jetzt, wie jetzt die Steuerklasse, der Lohnsteuervorabzug und die Einkommenssteuer miteinander zusammenhängen, soll es alles auch geben. Also, worüber ich eigentlich reden wollte, ganz kurz, und da ist auch tatsächlich die Frage, inwieweit man da, wie ich da konstruktiv bleiben soll. Ein Stück aus dem Tollhaus, würde ich sagen, nämlich, gestern Abend habe ich im WDR, Aktuelle Stunde, gab es einen Beitrag über Mallorca-Urlaub. Und ich hatte irgendwie zuerst gedacht, so, oh ja, das ist vielleicht noch aufgezeichnet. Nein, 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 nein. Wir alle haben ja erfahren, Mallorca, die spanische Insel Mallorca ist jetzt nicht mehr... Ach, das ist spanisch. Die spanische Insel Mallorca ist jetzt nicht mehr Risikogebiet, laut Bundesregierung. Und das bedeutet, dass man dorthin verreisen kann. Und gestern Abend haben die dann da in der aktuellen Stunde also so Leute gezeigt, die dann da in Mallorca da auf dieser, wie heißt das, Biermeile oder irgendwie so, in irgendwelche Gaststätten ein. Schinkenstraße. Also da so einkehren in so Restaurants und dann wurde so beschwichtigt, ja, ja, in den Restaurants dürfen dann aber nur 30 Prozent der Leute sitzen, die da eigentlich drin sitzen dürften, ja. Und dann saßen die da alle ohne Maske und haben natürlich auch direkt irgend so einen richtig besoffenen Typen gezeigt, der also da richtig begeistert war und erzählt hat, Ja, und ist es geil, jetzt hier mal ohne Maske zu sitzen und mal richtig wieder essen zu können und Mallorca und so. Und die Frau saß daneben und hat gegrinst und fand es auch irgendwie total toll, ja. Die Moderatorin vor Ort, die Korrespondentin berichtete dann auch, dass sie Schwierigkeiten hatte, jetzt Leute für diese Interviews zu finden, weil sich doch viele auch irgendwie geschämt hätten und Angst hatten, wenn sie jetzt da in der aktuellen Stunde gezeigt werden, dass das dann Konsequenzen für sie haben könnte. Zum Beispiel, weil sie eine, weiß ich nicht, einen Friseursalon betreiben oder sonst irgendwas, ja. Zeitgleich Corona-Hilfe einsacken. Ja, mich, mich, das sind mir die Liebsten. Der ehrlich ist so dumme hier wieder, ne? Der ehrlich ist so dumm. Ich war offen gesprochen, genau. Und dann noch so ein Hotelmanager, der erklärt, wie toll das Hygienekonzept am Festhalten, Buffet, am Buffet im Hotel ist. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da hat mich alles so ein bisschen fassungslos zurückgelassen. Insbesondere, weil in Mallorca ja jetzt auch diese brasilianische Corona-Variante P1 nachgewiesen worden ist, ja. Und wir haben ja im Moment Probleme mit B117. Und P1 ist wohl noch mal ansteckender als B117. Ich habe gestern Abend oder heute Morgen auf Twitter auch so Berichte aus Brasilien gesehen, wo die also jetzt irgendwie so offen darüber sprechen, dass das Gesundheitssystem kurz vor dem Zusammenbruch steht. Weil die da diese explodierenden Corona-Zahlen überhaupt nicht mehr in den Griff kriegen. Und da habe ich mir gedacht, das ist ja eine tolle Kombination. Also die Lufthansa macht 300 Maschinen extra nach Mallorca, weil das ist ja jetzt nicht mehr Risikogebiet. Die Leute machen da alle ohne Maske Indoor-Dining und so. Ich nehme mal an, die Hygienekonzepte in mallorquinischen Hotels, ohne denen zu nahe abtreten zu wollen, sind wahrscheinlich ungefähr so gut wie jetzt bei der Hallenleichtathletik EM in Polen. Wo sich irgendwie auch massenhaft SportlerInnen angesteckt haben müssen mit Corona. Aber wohl nur in der Aufwärmhalle. Kleiner Scherz. Kleiner Scherz. Bitter, bitter böser Scherz. Ja, dieses Thema ist ja so ein bisschen auf der, es schwankt so ein bisschen zwischen, man muss da unbedingt mal drüber reden. Und es hat ja auch so Aspekte von, dass man darüber eigentlich schweigen muss. Also man kann nur leider nicht beides tun, sonst würden wir ja beides tun. Und es hat ja auch diesen Aspekt, dass das ja völlig ohne jegliche Aussagekraft für die Gesamtsituation sowohl in Spanien als auch in Deutschland und im Besonderen dafür, was man denn jetzt machen kann oder sinnvollerweise macht, ist es ja ohne jegliche Aussagekraft. Es hängt einmal damit zusammen, dass, gut, es ist jetzt kein Hochrisikogebiet mehr. Prima, was sagt das denn? Ist die Inzidenz jetzt da, ja, die Inzidenz am Flughafen, wo du dann da hinfliegst, ist immer noch genauso hoch wie andernorts auch. Und ja, ohne jegliche Aussagekraft, das ist dieses bekloppte Symbol, das da so ein bisschen hochgehalten wird. Das Symbol Mallorca als, ja, weiß ich nicht, das Aldi des Urlaubs. Und ja, das ist schon ärgerlich. Ich meine, das kann man nur gleichzeitig in Verbindung mit dem ja offenbar auch kursierenden Warnhinweis nehmen, sich nach Möglichkeit, Ostern nicht an einen anderen Ort zu begeben als an den, an dem man wohnt. Und ja, insofern ist es natürlich sehr ärgerlich. Unser Finanzminister agiert da ja auch aktuell sehr erfolgreich als Pandemiebekämpfer. Ja, der sagte, ja, der sagte, ja, erstens hatte der ja diesen geilen Spruch rausgehauen, ja, wann war das, ab Anfang April wird es 10 Millionen Impfdosen die Woche geben, dafür hätte er gesorgt oder irgendwie so. Ja, also war auch schon so ein bisschen, also das ist ja nicht mal mehr magisches Denken, das ist ja vollkommen eine Entkopplung von der Realität, glaube ich. Und dann hat er heute gesagt, wer an Ostern in den Urlaub fährt, macht uns allen den Sommerurlaub kaputt. Da habe ich mir halt so gedacht, wer denkt denn allen Ernstes bei diesem Infektionsgeschehen daran, dass es irgendeinen Sommerurlaub geben wird und wenn ja, wo? Oh, also, so, das war, aber es gibt zumindest, muss man in der Vollständigkeit sagen, Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil hat heute auch wieder gefordert, nicht auch wieder, aber hat heute gefordert, dass Mallorca wieder Risikogebiet werden müsse. Und bezeichnete das als schweren Fehler, dass man das aufgehoben hat, diese Einstufung als Risikogebiet, weil das bedeutet nämlich, dass man bei der Wiedereinreise eben keine Quarantäne machen muss und dass man eben nicht irgendwelche Testungen machen muss bei der Wiedereinreise. Und das ist natürlich auch so ein bisschen paradox, ne? Also, um nach Mallorca zu kommen, schärfste Testregime und so weiter und so fort und dann steckst du dich möglicherweise auf Mallorca an und kommst dann mit dem Driss wieder zurück. Ja, also, let's move on, ne? Ich würde auch sagen, erst mal die Knete für die letzte Rückholaktion in Rechnung stellen und bezahlen. Das wäre super. Das Auswärtige Amt weist darauf hin, dass noch immer 21.000 Rechnungen aus der Rückholaktion vom März 2020 nicht gestellt worden sind, nicht verschickt worden sind. Das ist krass. Da würdest du dich als Geschäftsführer einer Firma, wäre das doch direkt hier verletzt und dafür mögen. Ja, und das Auswärtige, unser Auswärtiges Amt begründet das, also in Stichworten Rückholaktion im März letzten Jahr, 67.000 Deutsche zurückgeholt. Die Bundesregierung in dem Ressort Auswärtiges sagt, das ist uns alles egal, unsere Leute müssen hier zurückkommen und holt die alle zurück mit Gescharterten, weiß der Henker was. Und kostet viel Geld das Ganze, kann man zustehen, wie man will, wahrscheinlich ganz okay, EU-Bürger irgendwo zurückgeholt. Aber etwa 21.000 Rechnungen noch nicht verschickt und das wird begründet seitens unseres großartigen Auswärtigen Amtes mit dem großen bürokratischen Aufwand und den erschwerten Arbeitsbedingungen wegen der Corona-Pandemie. Haben die das nicht geschafft, innerhalb von einem Jahr da mal ein paar Rechnungen zu schicken? Von mir aus können sie es auch umsonst machen, also für Umme. Aber ich meine, wenn ihr dann das schon berechnen wollt, dann macht das doch bitte auch. Mann, Mann, Mann. Ja, Mann, 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 Mann. Aber ein Aspekt, ein Aspekt mit Mallorca, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich auch noch, dass das, ich glaube, dass solche Sachen wie jetzt Mallorca zum, den Statusrisikogebiet aufheben und den Leuten dann ermöglichen, schön mit 300 Fliegern nach Mallorca zu fliegen, solche Maßnahmen torpedieren, glaube ich, so ein bisschen die anderen Corona-Maßnahmen, die es hier in Deutschland so gibt. Weil dann wird sich natürlich, weißt du, jeder, weiß ich nicht, Ferienhausbetreiber in Deutschland kann im Moment keine Leute willkommen heißen, ja. Aber du kannst dich zwei Stunden in den Flieger irgendwie setzen und in Mallorca geht's, ne. Und also das ist so ein bisschen, das ist ein bisschen schwierig. Ja. Ist ja ein bisschen schwierig. Ja. Gut, haben wir das geklärt mit Mallorca, wenn ihr irgendwelche Gedanken dazu habt, was man da noch konstruktiv zu sagen könnte, außer, dass es halt, dass man es halt lassen soll, freuen wir uns über euer Feedback und eure Hinweise. So, jetzt haben wir aber noch ein anderes schönes Thema, nämlich unseren Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Dann, da gab es ja jetzt zwei Sachen, einmal hatte Spahn ja mit dem Tagesspiegel und anderen Medien eine rechtliche Auseinandersetzung darüber, ob der Kaufpreis seiner Villa genannt werden darf. Und da haben sie jetzt recht gekriegt, der Kaufpreis der Villa darf genannt werden. Und Jens Spahn hat sich mit seinem Lebensgefährten eine Villa für 4,125 Millionen Euro gekauft. So weit, so gut. Und die einzige Frage, die ich mir da gestellt habe, ich weiß nicht, wie schlimm du das findest, Ulrich, aber ich habe mir halt so gedacht, selbst wenn jetzt Jens Spahn und sein Gatte aus welchen Gründen auch immer, weil sie gespart haben, zwei Millionen Euro haben, um da eine Anzahlung zu machen auf das Haus, haben die dann ja noch immer einen Kredit über zwei Millionen Euro plus Zinsen und Gebühren und lalalala, ja. Und will man, will man Bundesminister mit so vielen Schulden, will man das? Ja, ich, in der Annahme, dass es keine rein rhetorische Frage ist, wobei es, ich glaube, es ist eine rhetorische Frage. Ja, also für mich ist es eine rhetorische Frage, aber ich wollte von dir im Grunde genommen wissen, reagiere ich da über? Bin ich da voreingenommen, weil es um Jens Spahn geht und ich bei Jens Spahn eh nicht mehr so richtig klar denken kann? Geht das Messer in der Hose auf, ja. Ja, kriegst Plack, ne? Ja, dann schöpfen wir mal die Gewissheiten erst einmal ab. Ich umkreise die Frage etwas, um dann zuzustoßen und sie dann klar ein Ja zu beantworten. Nein, meine ich, zu beantworten. Nein will man nicht. Aber fangen wir mal bei den Gewissheiten an. Das ist jedenfalls sehr, sehr unelegant, sich mit 40 Jahren, Weil man jetzt gerade so ein bisschen aufgestiegen ist, sich da so krass wirtschaftlich zu betätigen außerhalb seiner Liga Und nicht so eine Bescheidenheit an den Tag legt, in dem Maße, wie sie Menschen, die öffentliche Ämter bekleiden, eigentlich ganz gut tun. Wie sie dann auch glaubhaft den Eindruck vermitteln können, dass es diesen Menschen tatsächlich um das Gemeinwohl geht. Also das Bild, das das vermittelt, finde ich, ist sehr, sehr schlecht. Und das passt einfach nicht. Und wenn man sich das mal anschaut, dann die Rechnung, die du aufgemacht hast, das war ja jetzt eine totale... Ja, das ist, aber es ist jedenfalls ja auch nicht so, dass der Ehemann von Jens Spahn aus einer industriellen Familie stammt, bei der man halt schon mal so ein Haus geschenkt bekommt, wie die preußischen Könige ihren Gattinnen, die Schlösser. Nein, das ist wohl auch nicht so. Und das ist komisch. Das heißt, dass Jens Spahn im Rahmen seiner Karriere nach dem Abschluss seiner Banklehre bei der Westdeutschen Landesbank in Münster und seiner Tätigkeit als Bundestagsabgeordneter, dass er das Cash bezahlt hätte, das Häuschen, kann man wohl auch ausschließen, weil er möglichst wahrscheinlich nicht so viel Geld bislang verdient hat. Naja, ich glaube schon, dass er so viel Geld... Also der ist ja seit 18 Jahren Mitglied des Deutschen Bundestages. Ja gut, vielleicht den Gedanken nochmal kurz zu Ende. Das heißt, dass ich davon ausgehe, dass er sich schon erheblich verschuldet hat und dann natürlich in der Tat weiterhin sehr hohe Einkünfte generieren muss, damit das die Anschaffung dieses Häuschens nicht zum Finanzobühl für ihn wird. Haha. Ja, Finanzobühl, gut. Und ja, das finde ich irgendwie... Ich finde das einfach nicht gut. Ich meine, ich finde das bestimmt... Wahrscheinlich ist das gar nicht schlecht, das Haus. Wenn du für vier Millionen da... Ich glaube in Dahlem, für alle Nicht-Berliner, ein schöner Einfamilien-Villen-Bezirk im Westen Berlins, also großbürgerlich, das ist sicherlich ein schönes Haus. Joschka Fischer wohnt da ja auch und das... Aber der hat sich das halt am Ende seiner Karriere gekauft, als er sich das auch leisten konnte. Er setzt sich, der Herr Spahn setzt sich damit schon ganz schön unter Druck. Ich weiß nicht. Ja, also das macht keinen guten Eindruck, finde ich. Ja, Punkt. Ja, also ich weiß auch nicht... Ich weiß jetzt auch tatsächlich nicht, dass jetzt die finanziellen Verhältnisse von Jens Spahns Familie sind oder so. Aber da würde ich, wenn der Sohn eine Bankkaufmannslehre macht, würde ich jetzt auch nicht davon ausgehen, dass die... Vielleicht hat er im Lotto gewonnen, ich weiß es nicht. Also der Mann von Jens Spahn, Daniel Funke, der ist ja der Leiter des Berliner Büros vom Burda-Verlag, ja. Und also auch Lobbyist für Burda. Es ist sehr interessant, dass es nur einen Eintrag für ihn in der englischen Wikipedia gibt und in der vietnamesischen Wikipedia. Jedenfalls, ja, ich denke mir so, okay, ich habe das jetzt mal kurz überschlagen vorhin. Was hat Jens Spahn als Mitglied des Deutschen Bundestages bisher so verdient, wenn er jeden Monat 10.000 Euro verdient hat als Abgeordneter, was natürlich nicht stimmt. Dann sind er 2,16 Millionen Euro in den letzten 18 Jahren an Abgeordneten-Diäten, aber halt brutto, vor Steuern. Und er macht jetzt auf mich auch nicht den Eindruck, als würde er das, als würde er den Lebensstil eines Bettelmönches. Also es ist tatsächlich, es ist tatsächlich, also es ist nicht nur die Frage, finde ich interessant, will man einen Abgeordneten, einen Minister haben, der solche Verbindlichkeiten vor sich herschiebt, sondern auch die Frage interessant, wo hat er das Geld her, um da die Anzahlung zu machen, beziehungsweise um da einen Kredit zu machen, um da einen Kredit zu kriegen. Ja, das Objekt, das kriegt man schon mit einem Grundpfandrecht, kriegst du da schon ganz schön Kredit auf die Tasche gelegt. Also, naja, also ich finde es einfach auch ein bisschen befremdlich. Gut, hat sie sich ja auch sehr, sehr dagegen gewehrt, dass das öffentlich würde. Scheint ihm unangenehm zu sein. Also, das sind nach meinen Kenntnissen, die jetzt aber nicht vertieft sind, sind das ja Ergebnisse aus der Causa Wulff, dass Einblick für Journalisten in Grundbuchakten gestattet wird unter bestimmten Umständen. Er hatte sich ja, wenn wir uns erinnern, massiv zur Wehr zu setzen versucht, gegen alle Versuche, da sein Grundstücksgeschäft offen zu legen. Das ist ja auch kein gutes Zeichen, dass jemand Geschäfte tätigt, zu denen er in der Öffentlichkeit nicht stehen kann. Oder nicht stehen will. Ja, right. Das war impliziert von Können und Wollen. Und das ist, ja, auch ein seltsames Zeichen. Was stört ihn? Also, ist er damit, findet er das selber komisch, dass er sich so ein großes Haus zusammen mit seinem Gatten kauft? Oder fürchtet er, also die Erklärung wird ja sein, die er dafür gibt, ich fürchtete schon von Anfang an. Und alle Tatsachen geben mir recht, die Missgunst der Bürger. Neiddebatte. Die Neiddebatte. Neiddebatte. Ne, ich bin überhaupt nicht neidisch. Also, ich glaube, ich denke einfach. Dann stehst du halt die Neiddebatte durch. So kommst du auch klar mit. Man muss sich ja mal Folgendes vor Augen führen. Und von nicht allzu langer Zeit wollte ja Jens Spahn Bundesvorsitzender der christlich-demokratischen Union Deutschlands werden. Wenn man sich die damalige Vorsitzende anguckt, nämlich Angela Merkel, dann zeichnet, das haben wir in diesem Podcast ja auch schon mehrfach thematisiert, aber dann zeichnet ja ihren, sag ich mal, Stil auch aus, dass sie sich immer, immer, immer sehr bescheiden gibt. Keine Extravaganzen, ja, also ich meine, bei Gerhard Schröder mit seinen Pferde-Lederschuhen und seinem einen Brioni-Anzug und so, ne? Gut. War ja schon, äh, war ja schon busy extravagant für deutsche Politik, ne? Und Angela Merkel halt echt super bodenständig, nie irgendwas, also insbesondere so mit Geld und so, wo du sagen würdest, äh, das ist jetzt aber komisch, ne? Äh, äh, und ich glaube, dass das natürlich auch gut ankommt, erstmal grundsätzlich, wenn du dich als Politiker, der ja ohnehin schon sehr gut verdient durch die Diät, wenn du dich da so bescheiden und bodenständig gibst, ne? Und, ähm, gerade wenn du der Vorsitzende einer Volkspartei sein möchtest, ja, oder irgendwie ein führendes Mitglied einer sogenannten Volkspartei sein möchtest und dir dann da halt eine 4-Millionen-Villa in Dahlem kaufst, wo man dann natürlich auch, ist der, der Jens Spahn ist doch auch über den Wahlkreis rein, ne? Ja, das kann ich dir aus dem Kopf nicht sagen, aber der Gedanke ist auch unabhängig davon, ist der, wird der, wird der, wird der sein. Unabhängig davon ist der Gedanke, äh, natürlich zutreffend und, ähm, es ist so ein bisschen, bist du das gerade? Ja, das ist der Wahlkreis Borken 1, ne? Karam, auch das noch. Also, wenn du, wenn du dir, wenn du dir als, wenn du dir als Wahlkreisabgeordneter und Bundesgesundheitsminister dann eine 4-Millionen-Euro-Villa nicht in Borken kaufst, Z.B. im Dorf Ottenstein, in dem er aufgewachsen ist. Z.B. im Dorf, im schönen Ottenstein, ja. Das ist ein Ortsteil von Aarhaus. Also, dann, 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 dann zeigt er damit natürlich auch, dass er da nicht besonders verwurzelt ist, ne? Also, dass jemand dann in, das ist ein Politiker, äh, auch ein Minister. Nee, das finde ich, kann man ihm aber nicht vorwerfen, dass er sich jetzt das Haus in Berlin gekauft hat, statt in Ottenstein. Na doch schon, nein, nein, aber, nee, aber, nee, aber, nee, aber, sorry, sorry, es geht hier, es geht hier, ne? Es geht hier, das kann, da kann man, man kann, man kann da sagen, Okay, ich will es gar nicht weiter, ich verstehe den Punkt, ich verstehe den Punkt. Nee, Moment, ich will es aber erklären. Man kann sagen, Christopher, das ist unfair, aber so ist nun mal das Game in der Politik. Und wenn du allen Ernstes behauptest, ich vertrete meine, äh, äh, hier, Bürgerinnen und Bürger im Wahlkreis, dann kann man ja mal die Frage stellen, Moment, wenn er die Woche über... Ja, ich habe es nur, ich verstehe das, ich glaube, HörerInnen verstehen das auch alle. Ja, vielleicht die HörerInnen. Und ich habe es nur einmal noch gespiegelt, deine, deine luzide politische Analyse, nur einmal gespiegelt sozusagen auf Laien, Polit-Laien-Niveau. Da kommt man dann zum Ergebnis, kommt man vielleicht zum Ergebnis, ja, Ottenstein oder Berlin, kaufe ich doch in Berlin, aber du hast ja völlig recht mit der politischen Betrachtung, sagen, dass man das nicht macht, beziehungsweise, ich würde es fast umgekehrt sagen, äh, dass man eigentlich dann so nicht ist, dass man sowas macht. Es ist ja nicht das Problem, dass er das macht, sondern es ist ja nicht das Problem, dass er so ist, dass er das macht. Ja, ja. Und da sehe ich, sehe ich die große, die große Schwierigkeit in, in diesem Wesen. Und das ist... Da hätte auch, da hätte auch niemand irgendwas gesagt, wenn der sich irgendein kleines Haus, äh, im, im Speckgürtel in Brandenburg oder sonst was gekauft hat. Es ist ja auch hier eine schöne, in Charlottenburg gibt es doch schon, gibt es doch schon, ab 8.000, 900.000 Euro gibt es doch schon schöne Wohnungen. Also, ja, Schatz. Ja, so. Und... Jedenfalls. Ja, das ist halt so ein bisschen, ich meine, auch wenn du im Vorstand einer größeren Gewerkschaft bist, dann verdienst du ja auch so viel Geld, dass du dir einen Porsche ohne weiteres leisten kannst. Also, was heißt ohne weiteres, aber kannst du dir halt auch einen Porsche leisten. Machst du aber nicht, ne, weil kannst du nicht bei den, bei den Kollegen von der IG Metall, kannst du nicht einen Porsche auffahren dann, ne. So. Und, ja, und das macht Jens Spahn. Also, ja, sollte man sich mal merken und dann mal gucken, ob, ob man Verhaltensweisen, die dazu passen, auch noch an anderer Stelle sieht. Jedenfalls, ja, also, so ein Sabbatical ist für den Jens Spahn wahrscheinlich schwierig, weil dann da die Annuität des Darlehens von der ING D-Bar oder wem auch immer ihm da im Nacken sitzt. Na, aber ist der Kredit denn nicht wieder von dieser Sparkasse, die ihm auch schon diese Wohnung finanziert hat? Ja, wahrscheinlich. Das ist doch, das war doch das nächste Ding, dass das dann diese Sparkasse war, wo er da irgendwie im Aufsichtsrat saß, die ihm dann da zu besonders guten Konditionen nur noch einen Kredit gegeben hat. Vielleicht hat er ja auch eine, eine, eine oder gar mehrere gutgehende Apotheken, die Strohmänner und Strohfrauen für ihn betreiben, wo ja, wenn man nur groß genug ist, man mit dem Verkauf, der Abgabe, nicht mal so sehr dem Verkauf, der Abgabe von FFP2-Masken als Apotheken, als Apotheker derzeit sehr, sehr viel Geld machen kann, weil der Erstattungsbetrag von 6 Euro. 6 Euro. Ja, sehr hoch ist. Ja, wobei der ja jetzt mittlerweile halbiert wurde, glaube ich, auf 3 Euro. Ja, das ist richtig. Aber jedenfalls, vielleicht kurz das. Ja, es begab sich zu der Zeit, das war jetzt eine Recherche von diesem Recherchenetzwerk ARD, SZ und Schlag mich tot, NDR oder irgendwas. Ja, die haben, denen ist halt ein Dokument aus dem Gesundheitsministerium in die Finger gekommen, wo, und das hat dann meinen Glauben in den öffentlichen Diensten auch nochmal gestärkt, wo ihm also, wo Jens Spahn in einem Leitungsvermerk nochmal nahegelegt worden ist, Nee, wir sollten nicht den Apothekern jetzt hier irgendwie 6 Euro oder was für diese Masken geben, weil wir haben einen durchschnittlichen Preis von 1,22 Euro. Genau, also es ging darum, dass versprochen worden war, dass jeder Bundesbürger ab einem gewissen Alter FFP2-Masken kostenlos erhalten sollte. In der Apotheke. In der Apotheke. Das war ja der Auslegungspunkt. Und dann zuständig für die Verteilung, diese Masken an Mann und Frau zu bringen, das Bundesgesundheitsministerium. Und dann sagten, überlegte man sich dort im Ministerium so, wie macht man das am besten? Und da sagten dann die Fachbeamten, die du gerade sagtest, die hätten dein Glauben in die Integrität des öffentlichen Dienstes gestärkt oder wiederbelebt. Und das Fachreferat hat also den Herrn Minister Spahn dann davor gewarnt, da eine Erstattungsfähigkeit für diese FFP2-Masken vorzusehen. Ja, und Jens Spahn hat da mit seiner grünen Tinte, wie man das dann macht auf der Leitungsebene, schön draufgeschrieben, nee, er will das aber, dass das jetzt forciert wird und dass das jetzt gemacht wird. Du hattest im Vorgespräch so schön gesagt, was hat die Bundesdruckerei dann ausgegeben, um diese Gutscheine zu drücken? Also das System sah ja so aus, dass eine Gratis-Maskenabgabe erfolgen sollte. Und ich glaube, dass sich zunächst gegen, ich glaube, die erste Runde der Verteilung erfolgte auf einem Weg, den ich jetzt hier nicht rekonstruiert bekomme. Und die zweite Runde... Ich glaube, die Leute mussten einfach mit dem Personalausweis in die Apotheke und sagen, hier, ich bin 60 Jahre alt. Gut möglich. Die zweite Runde aber erfolgte so, dass über die Krankenversicherung die versicherten Coupons erhalten hatten. Also so ein Jutschein, ne, so Würstchenmarken, Biermarken sozusagen, nur diesmal für FFP2-Masken. Und die Coupons erhalten hatten und dann mit diesen Coupons in die Apotheken gehen konnten. Und diese Coupons dann, wie das im Gesundheitswesen ist, im Grunde genommen wie ein Kassenarztrezept, das nimmt der Apotheker dann an und rechnet das über die Kassenärztliche Vereinigung seines Apothekensitzes ab und kriegt das dann erstattet von der Krankenversicherung. Ich habe jetzt die Zahl... Ja, und allein der Druck dieser Coupons, weil man nach, das ist wirklich Rigidität im Denken, weil es sehr wichtig war, dem Ministerium, dass die fälschungssicher sind, diese Coupons. Dass da nicht irgendeiner kommt, zum Beispiel ein Apotheker, der druckt sich mit seinem HP 23809, druckt er sich dann da so 50 Coupons und reicht die ein. Nein, die sollten fälschungssicher sein. Wer macht fälschungssichere Coupons für FFP2-Masken, die Bundesdruckerei? Die Bundesdruckerei. Und allein die Anfertigung dieser fälschungssicheren Coupons, wenn man mal wieder keinem über den Weg traut und sich nicht traut, dass da mal irgendwie einer sich einen Schlag im Fuß macht und 10.000 Euro strafrechtswidrig abgreift, weil man das also verhindern wollte, hat man noch für 9,3 Millionen Coupons gedruckt, Gutschein. Und insgesamt, so der Erstattungsbetrag, Apotheker freuen sich deshalb, weil sie diese Masken typischerweise für weniger als 1 Euro beschaffen und in der ersten Runde der Erstattungsbetrag, den das Ministerium da glaube ich tatsächlich entweder genehmigt oder festgesetzt hat, da ist es da nicht so ganz klar, waren 6 Euro. Das heißt, der Apotheker hat 600% Rohertrag bzw. Rohgewinn gemacht, wenn er eine FFP2-Maske abgegeben hat. Und natürlich bei Masken für 27 Millionen Bundesbürger hat sich das Ganze dann also zu einem Aufwand von wohl rund 2 Milliarden Euro summiert. 2,5 sogar, damit sich 27 Milliarden Bundesbürger, 27 Millionen Bundesbürger dann kostenlos eine FFP2-Maske umschnallen konnten. Und zwar, also ja, auch da dann wieder, also wenn man es schon so großflächig verteilt, Gott, dann macht man es doch ohne so ein komplexes System. Oder lässt die Apotheker, also tausend Alternativen zu diesem Vorgehen fallen einem ein. Zum Beispiel Stadt Bremen. Ja. Stadt Bremen hat die Dinger einfach, hat der Post gesagt, hier, ihr kriegt für jede Maske einen Euro, verschickt die an alle BremerInnen für über 15 Jahren. 600.000 BremerInnen haben eine Maske gekriegt, fertig ist der Lack. Ja, also das ist jedenfalls irgendwie, ja, und also dann diese Nervosität, also dieses Rechercheteam hat da ganz offensichtlich, wie du auch schon erwähnt hattest, ist es denen gelungen, die Akte komplett einzusehen oder jedenfalls die erheblichen, die entsprechenden Teile einzusehen. Es lag ihnen also entweder das Original oder eine sehr gut gemachte Farbkopie vor, denn zweifellos war der grüne Stift, der Behördenleiter schreibt ja mit grün, zu erkennen, wo er dann auch so das so overruled hat, was da seine Experten gesagt hatten. Nur um da nicht doof dazustehen, dass das mal wieder irgendeiner versprochen hat, hier ist ja auch so eine gewisse Symbolik, dass dann da die kostenlosen Masken, das ist so ein Aktionismus und dann sieht das so aus, als würde es richtig gut funktionieren. Aber in Wirklichkeit hat halt jeder so ein paar kostenlose Masken, von denen natürlich auch viele sagten, ja klar, ich hol mir die. Aber ich meine, wenn es sein muss, hätte ich die auch selbst noch kaufen können. Also ich sage mal so, darüber will ich mich jetzt nicht lustig machen. Ich finde das grundsätzlich schon eine sinnvolle Maßnahme, dass man an die Bevölkerung, insbesondere an vulnerable Gruppen, kostenlose FFP2-Masken verteilt. Nur muss man hier an der Stelle festhalten und das hat ja auch dieses Recherchenetzwerk da in seiner Berichterstattung darauf hingewiesen, dass Deutschland jetzt mal einfach zwei Milliarden Euro zu viel dafür ausgegeben hat, diese Masken zu verteilen. Und wenn man sich vor Augen führt, was man für diese zwei Milliarden Euro alles noch hätte bekommen können, nämlich zum Beispiel Luftfilteranlagen in den Schulen und so weiter und so fort, ja. Dann ist es halt einfach mal ein komplett absurder Ressourceneinsatz und jetzt kommt bei mir hinzu, man muss ja, und das finde, das fände ich jetzt, da habe ich leider auch nicht die Zeit, um das jetzt irgendwie ausgiebig zu recherchieren, beziehungsweise da müsste man mal wieder irgendwie investigativ tätig werden, aber es ist ja nicht so, dass es da zwischen Jens Spahn und den ApothekerInnen keine Connections gäbe. So, also es ist so, hat mir dann auch ein User dankenswerterweise auf dem Kurznachrichtendienst Twitter zugeschickt, nämlich hier so Berichterstattung zum Beispiel aus dem Jahre 2018, Lobbyarbeit beim NRW-CDU-Parteitag traf Kammerpräsidentin Gabriele Regina Overwiening erneut Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. So, und die Kammerpräsidentin von der Apothekenkammer. Eigentlich war der erste Ansatz, ich habe es jetzt auch gerade nochmal gesehen, wie du schon richtig sagtest, in der ersten Runde, die Voraussetzung war, dass man über 60 war oder besonders vulnerable und es reichte in der ersten Verteilrunde, dass man ein Ausweisdokument vorlegt, aus dem das Geburtsalter hervorgeht. Das Geburtsalter ist immer nur das Alter und die besonders Vulnerablen sollten eine nachvollziehbare Eigenauskunft über die Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe erteilen. Und im zweiten Schritt gab es dann das mit den Coupons und ja, aber du wolltest darauf hinaus, dass es da unschöne Verquickungen gibt. Es gibt Apothekern, denen das auch unangenehm ist, so ein frivoles Geschäft zu machen. So, ne, also das neue Jahr wartet mit einem Novum auf. Die ABDA, Bundesvereinigung Deutsche Apothekenverbände, hat erstmals eine Frau an ihrer Spitze, Gabriele Regine Overwiening, folgt auf den jährigen ABDA-Präsidenten Friedmann Schmidt, der Ende letzten Jahres nicht mehr kandidierte. So, für die nächsten vier Jahre hat sich Overwiening viel vorgenommen. So, diese Frau Overwiening ist also eine, wie nennt man das, Apothekenlobbyistin. Ja. Ja, und hat halt, wie man das jetzt hier so sieht, auf Fotos, wo sie den CDU-Parteitag besucht und wo der CDU, wo es auch einen Apothekerstand der Apothekenkammer Westfalen-Lippe gibt, ja. Wo dann diese Frau Gabriele Regina Overwiening, also die Vorsitzende der Apothekenkammer ist, ja. Das ist eine Verbindung zu den Apotheken und dann, und das finde ich, ist, wies mich dann jemand anders drauf hin, es gibt einen sehr schönen Artikel von der Katja Bauer aus der Stuttgarter Zeitung von Anfang des Jahres, wo sie unter anderem darüber berichtet, dass die Firma Doc Morris, diese Versandapotheke, die ja beim ersten, bei der ersten Runde dieser kostenlosen Vergabe fiel die ja quasi komplett aus, weil, kannst ja nicht mit deinem Personalausweis zu Doc Morris gehen und sagen, geben Sie mir mal kostenlose Masken, weil Doc Morris ist eine Versandapotheke. So, und Doc Morris hat quasi zeitgleich mit diesen Gutscheinen einen Brief rausgeschickt an wahrscheinlich alle Kundinnen von Doc Morris, die da jemals schon bestellt hatten, dass man ja seinen Gutschein auch bei Doc Morris einreichen könnte, ja. Das ist jetzt noch nicht so interessant, es wird aber in dem Moment interessanter, wenn man sich vor Augen führt, dass Jens Spahn und Max Müller, der, glaube ich, bis letztes Jahr oder Anfang des Jahres Vorsitzender von Doc Morris war, Vorstandsvorsitzender, dass die beide sich sehr gut kennen und in der Vergangenheit auch schon gemeinsam unternehmerisch tätig waren, als nämlich Jens Spahn im Gesundheitsausschuss saß. Im April 2006 gründen Müller, Spahn und Markus Jasper, Leiter von Spahns Abgeordnetenbüro, eine Gesellschaft, der die Agentur Politas gehört. Das sorgte später für Schlagzeilen, weil Politas auch Kunden aus der Pharmabranche beriet und Spahn zu dieser Zeit bereits im Gesundheitsausschuss saß. Die Geschäfte liefen nicht gut. Laut Müller soll der Umsatz in vier Jahren 100.000 Euro nicht überschritten haben. Auffällig war, dass sich Spahn im Juni 2008 im Handelsblatt für den Tausch des Fremdbesitzverbotes gegen ein System, der Bedarfsplanung stark gemacht hat, so wie von Celesio propagiert, also irgendwelchen Lobbybutzen da. Ich werde das auch verlinken. Ja, und das ist, finde ich, bei Spahn halt auffällig. Er hatte ja auch 2012, wurde ja seine Beteiligung an diesem Steuersstart-up bekannt. Da war er Staatssekretär im Finanzministerium. Und dann hatte er 25 Prozent, hielt er an einem Start-up, das eben Steuern, also Online-Steuern machen wollte. Ja, so Fintech. Sagen wir mal so, es tut sich hier so ein Muster auf. Und ich fände es halt mal wirklich sehr interessant, wenn man da noch, vielleicht muss man da mal eine IFG-Anfrage stellen oder so. Aber ich finde es schon bemerkenswert, wenn du so naheliegende Versandmethoden hast, wie es jetzt Bremen gemacht hat, dass du einfach sagst, dass alle hier die Daten, was das Alte angeht, die haben wir ja im Melderegister. Ja, also es ist schon möglich. Es hätten schon sehr, sehr pragmatische Lösungen sehr nahegelegen, zu sagen. So, und vor dem Hintergrund, finde ich, kann man schon mal die Frage stellen, was hat denn jetzt Jens Spahn konkret dazu bewegt, den Apotheken ein Geschenk über zwei Minuten zu machen. Und es gibt einen weiteren Aspekt, die Maske, den ich hier beachtlich finde, ungeachtet der Person von Jens Spahn. Es ist in der öffentlichen Diskussion der letzten zwei Wochen geht es ja, also die Maske ist so das Symbol geworden für die öffentliche Diskussion. Und man stellt fest, eigentlich reden alle über diese Masken, deren Produktion und Erhältlichkeit jetzt inzwischen ja im Überfluss gesichert ist. und alle unterhalten sich über Masken, als wäre das jetzt hier das Thema. Und es ist eine irgendwie, eine groteske Situation, dass man sich da überhaupt drüber unterhalten muss, dass selbst dieses Thema so schlecht gelaufen ist. Ja. Ja, also es ist, ja, anders kann man es, anders kann man es nicht, anders kann man es nicht sagen. Ja, das ist wirklich auch wieder, das zeigt eben diese eingangs schon genannte intellektuelle Rigidität auch, dass da nicht, ich vermute auch, dass das Risiko, dass das so diese Risiko-Aversität mit ursächlich gewesen sein kann, weshalb hier nicht in so einem Fall einfach mal eine leicht außerhalb des Üblichen liegende Möglichkeit gesucht, gefunden und gewählt worden ist. So wie das Bremen gemacht hat zum Beispiel, dass man mit DHL und Doc Morris oder sonst was das irgendwie mal kurz zusammenschustert, das kriegt man doch locker hin. Und dass einfach dann hier wieder so dieser Weg über die Institution, die Bundesdruckerei, die Kassenärztliche Vereinigung, die Apotheken, die Erstattung des Betrages, also denkbar kompliziert auch. Klar, das ist der alte Weg, in dem man das macht. Ist ja auch überhaupt nicht zu sehen, warum man nicht einfach irgendwo auf jeden Marktplatz oder in jedem Drogeriemarkt einfach so eine Palette gekarrt hat. Warum denn die Apotheken? Weil das so ein hochkomplexes Produkt ist, kann ja wohl auch nicht sein. Da gab es dann auch so Apotheken, die sagten, ah, das war schon okay, dass man die über Apotheken vertrieben hat, weil die Apotheker ja dann bei der Anwendung dieser Masken beraten und sowas. Also das ist tatsächlich ein sehr, sehr charakteristisches Beispiel für, wie gesagt, die Rigidität im Denken, dass man nicht einfach mal einen schnellen Weg wählt in dieser Sache, aus Angst einmal da vielleicht dann irgendwie hinterher dafür gescholten zu werden, dass man DHL eingebunden hat und womöglich aus Unfähigkeit überhaupt auf so eine Lösung zu kommen. Hier wäre das, man muss ja nicht gleich alle Studenten im ersten Semester zum Impfen berechtigen, aber sagen wir mal so ein bisschen entspannt Masken verteilen, das hätte man schon machen können. Und als ob der Spiegel wissen würde, dass wir gerade über Jens Spahn Masken und seinen Podcast und seinen Ehemann reden würden, kommt jetzt noch gerade um 14.08 Uhr die Meldung rein, Firma von Spahns Ehemann verkaufte Masken an Gesundheitsministerium. Die Burda GmbH verkaufte mehr als eine halbe Million FFP2-Masken an das Bundesgesundheitsministerium. Der Ehemann von Jens Spahn leitet die Burda-Repräsentanz in Berlin. Nein! Ei, 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 das wird aber eng für Jens Spahn. 570.000 FFP2-Masken wurden an das Gesundheitsministerium. Ja, der Vertrag mit der Burda GmbH ist nach Angebotseingang nach einem standardisierten Verfahren zu marktüblichen Preisen geschlossen und abgewickelt worden. Ein Burda-Sprecher sagte dem Spiegel, der Vorstand, der Hubert Burda Media, hat dem Gesundheitsministerium im April 2020 angeboten, bei der Maskenbeschaffung zu helfen, als die Bundesregierung auf dringender Suche nach Schutzmasken war. Das ist immer diese Standardbehauptung. Aber dass man dann an der Stelle, also mir ist die Hubert-Burda GmbH bis jetzt nicht so bekannt für so Medizingeschichten. Ja, das kommt noch hinzu. Dir glaube ich auch. Nein, ich kenne diese Vorgehensweise. Kenne ich aus meiner beruflichen Tätigkeit, dass die immer irgendwie abenteuerliche, die die Firmen, die Scheinrechnung ausstellen, das sind immer irgendwelche abenteuerlichen, längst kaputtgegangenen Baufirmen, die dann plötzlich Rasierklingen verkaufen und sowas. Also die Burda, ich weiß gar nicht, ob das mit Hubert-Burda zu tun hat. Keine Ahnung, was die Burda GmbH ist. Aber jedenfalls kann man ja unterstellen, dass Herr Spahn mit seinem Ehemann Daniel Funke schon einmal die Frage erörtert hat, wie man das also in Paarbeziehungen, gleich ob hetero- oder homosexueller Art tut, schon mal die Frage erörtert hat, was machst du eigentlich den ganzen Tag? Ach, was machst du denn so? Wie verdienst du denn das Geld für das gemeinsam angeschaffte Haus? Und dann wird er ja wahrscheinlich wahrheitsgemäß geantwortet haben und gesagt haben, Jens, ich bin bei Burda. Und an dieses Gespräch hätte sich Herr Bundesgesundheitsminister Jens Spahn erinnern müssen, als er dann über das Unternehmen Burda die Masken kaufte. Ich kann mir das auch nicht anders vorstellen, als dass die nochmal ein Extrasystem haben, mit dem die das gerade verhindern, weil sich natürlich nicht jeder um alles kümmern kann, um einfach das zu verhindern, so wie jede Kanzlei auch ein Konfliktcheck-System hat, dass man nicht plötzlich das Opfer und den Täter da Wand an Wand anwalt nicht vertritt, beziehungsweise verteidigt. So auch das Bundesgesundheitsministerium wird sicherlich sagen, hier mal, hier bei Burda müsst ihr aufpassen, das ist der Typ vom Minister. Und ja, da würde ich ja fast meinen, also wenn sich das verdichtet, dann wird das ja jetzt hier einer der letzten Tage von Jens Spahn sein. Hier steht, Hubert Burda Media hat die Kosten für die Masken 1 zu 1 weitergereicht. Das Maskengeschäft ist nach Darstellung von Burda über eine Firma in Singapur zustande gekommen, an dem das Unternehmen eine 10-prozentige Beteiligung hält. Der Preis der Schutzmasken habe 1,73 Dollar pro Stück betragen, ist ein okayer Preis. Die Masken seien dem Bundesgesundheitsministerium am 17.04.2020 in Shanghai übergeben, welches dann den Transport per Luftbrücke nach Deutschland übernommen und finanziert habe. Burda habe den Kaufpreis vorgestreckt, später habe das Ministerium den Preis von gut 909.000 Euro erstattet. Hubert Burda Media hat die Kosten für die Masken 1 zu 1 weitergereicht, teilte der Sprecher dem Spiegel. In dem Artikel gibt es dann ja noch den Punkt, dass Andrea Tantler, die Tochter des ehemaligen CSU-Gerold Tantler, auch in Maskengeschäften mit dem Bundesgesundheitsministerium im Gespräch stand. Ja, wir müssen das, glaube ich, an dieser Stelle erstmal der Vollständigkeit halber erwähnen. Denn, da wir noch nicht viel mehr wissen, können wir nicht, weil wir nicht mehr wissen, können wir nicht mehr sagen. Das ist eine alte Regel, an der wir uns ja gebunden fühlen. Wir können natürlich mehr sagen, aber wir wissen nicht mehr. Und es wird so oder so eng für Jens Spahn, wie es so schön heißt. Ja, es wird eng. Also sollte der da jetzt persönlich verdient haben, das wäre natürlich... Aber da gibt es aktuell wohl noch keine Anhaltspunkte für. Es reicht also nur, wir konstatieren nur, dass er da großen Bockmist angerührt hat, indem er persönlich dafür gesorgt hatte, dass die Masken einfach viel zu teuer abgegeben wurden und in einem archaischen System verteilt wurden. Also hier, also hier, sage ich mal so, der eigentlich interessante Aspekt an der Stelle ist, ja, die haben natürlich im April, ne, Masken waren teuer, es war irgendwie unübersichtlich. Wir haben alle verstanden, dass irgendwie das Beschaffungsamt der deutschen Bundeswehr nichts kann. Also die können halt weder Waffen kaufen noch irgendwas anderes. Ist ja gleichzeitig, wenn man pazifistisch eingestellt ist, wieder eine ganz gute Entwicklung. Entwicklung, aber haben wir ja alles verstanden, dass das schwierig war. Ich finde, die interessante Frage an der Stelle ist, also ich meine, es ist auch ein bisschen reißerisch vom Spiegel, muss man mal ganz offen sagen, wenn die, wenn eine Firma, wo es eine zehnprozentige Beteiligung von Burda gibt, dann da einen Maskendeal eintütet, ja, geschenkt und dass sie da jetzt eins zu eins die Kosten weitergegeben haben, glaube, also würde ich, glaube ich jetzt erst mal, ja, wobei auf dem Weg dahin werden natürlich einige Leute schon irgendwelche Provisionen und sonst irgendwas kassiert haben, aber, und das finde ich jetzt die interessante Frage, die ist doch, wie ist denn das zustande gekommen? Weil gerade, dass es nur eine zehnprozentige Beteiligung von Burda war, spricht doch, also, ich spekuliere jetzt natürlich, aber es kann natürlich sein, dass der, wie du das vorhin schon so beschrieben hast, man redet beim Abendessen mal darüber, was man so beruflich macht, ne, und dann wird dem Ehemann von Jens Spahn eingefallen sein, ach so, ja, wir haben da doch noch in Singapur so Beteiligungen oder in Asien, die klappern wir jetzt mal ab, vielleicht weiß da ja jemand, kennt da jemanden, der jemanden kennt und dann wäre wieder die tatsächlich interessante Frage, ist das also quasi über, ist das Geschäft quasi über Spahns Ehemann quasi angeleiert worden und hat man dann dort einen Vertrag abgeschlossen, wo man vielleicht bei jemand anderem einen besseren Preis gekriegt hätte, ohne dann nochmal zu vergleichen? Ja, ich glaube, wir sind beide bereit, eine gewisse Großzügigkeit sogar walten zu lassen, aber sollte das da irgendwie, sollte da einer die Hand aufgehalten haben aus dem gemeinsamen Haus des Bundesministers, also nicht des Bundesministeriums, sondern des Privathauses des Bundesministers, dann geht das wirklich gar nicht. Ich finde, am Ende des Tages muss man natürlich schon, und müsste eigentlich auch die Hubert-Burda-Media-GmbH clever genug sein, um zu sagen, also wir können da gerne unter der Hand irgendwas vermitteln, ja, aber wir können da nicht in irgendeiner Form als Firma in Erscheinung treten. Also, verstehst du, weil bei einer 10-prozentigen Beteiligung wird ja jetzt nicht der Chef von der Hubert-Burda-Media-GmbH da hingegangen sein und gesagt haben, so, du hier Mitarbeiter in Singapur, jetzt mach mir einen Maskendeal, klar. Sondern, so wie das da beschrieben wird, die haben das ja nur eingefügt. Ja, man müsste da mehr Wissen zu, aber es sieht komisch aus. Warum dann da Burda 900.000 Euro vorschießen muss und warum das nicht jemand beim Bundesgesundheitsministerium... Ja gut, da mag es natürlich Gründe dafür geben, dass die nicht direkt auftreten, so wie sehr reiche Leute ja dann auch nicht sagen... Ach so, damit die Maske nicht auf einmal 5 Euro kostet. Ich bin interessiert an dem Gemälde und die dann den Preis für Albrecht Aldi machen, sondern dann sagt man lieber, ich habe einen Auftraggeber und der möchte gerne dieses Gemälde kaufen. Weiß man nicht, aber ja, das müssen wir mal weiter verfolgen. Es bleibt dabei, der Hauskauf, nicht über jeden Zweifel erhaben und die Organisation der Maskenverteilung eine grobe Fehlleistung des Ministers. Jetzt wird sich zeigen, ob der Maskeneinkauf über die Burda GmbH auch als Fehlleistung gewertet wird und dann irgendwann wird es wohl reichen. Wenngleich man sagen muss, es ist ja, also man hat sich jetzt ja auch ganz gut auf Spano, Herrn Spahn eingeschossen. Es wäre ja falsch, das sagen wir vielleicht nur bei der Vollständigkeit halber, es wäre falsch zu meinen, dass das, was hier nicht gut läuft, allein Jens Spahn zuzuschreiben ist. Aber ein kleiner Teil schon, ein nicht ganz unerheblicher Teil, sagen wir mal. Naja, also ich meine, wenn wir uns schon immer, also wenn wir uns bei Andi Scheuer, der ja mit seiner Maut für... Du meinst den Taskforce-Leiter. Den Taskforce-Coach-Leiter, André, kleines, kleines Doktor, wie war das, kleines Doktor... Kleines Doktorat Scheuer. Genau, kleines Doktorat Scheuer. Also wenn wir uns bei dem aufregen, dass der 500.000, 500 Millionen Euro verballert für diese Pkw-Maut, ja. Finde ich, ist der Aufschrei, dass man da jetzt zwei Milliarden an die ApothekerInnen rausgehauen hat. Also ich gönne jedem zwei Milliarden Euro, der da ganz vorne mit dabei ist, aber ich... Ich gönne jedem 2,5 Milliarden Euro den Satz, musst du aber auch nochmal überarbeiten, glaube ich. Nee, also aber nein, aber der Punkt, nein, also das ist ja eine ganze Branche, aber ich finde es schwierig. Ich finde es schwierig, weil es sind noch immer zwei Milliarden Euro, die man hätte anders ausgeben können, ne? Ja, ich denke, der Punkt ist deutlich geworden. Ja, wer auch einen guten PR-Berater braucht, ist ja im Moment die katholische Kirche. Ja, schöne Überleitung, merkt man es kaum. Über die wollten wir... Aber du hast es nochmal erwähnt, deswegen merkt man es schon ein bisschen. Ja, Mist. Auf jeden Fall in Köln, in Köln, da geht es rund und der Grund ist eigentlich der, der oft bei der katholischen Kirche der Grund ist, Missbrauch. Und dann wurde jetzt am, ich glaube Montag, war es Montag? Nein, ich meine später in der Woche, aber... Letzte Woche wurde da dieses Missbrauchsgutachten veröffentlicht und Ulrich hat es sich angeschaut und da wollten wir jetzt noch ein bisschen drüber reden. Ja, Ende der vergangenen Woche wird es wohl gewesen sein, dass nach, ich weiß nicht, ob das immer noch der Fall ist, jedenfalls eines der reichsten Bistümer der katholischen Kirche weltweit, das Erzbistum Köln, hat eine Missbrauchsproblematik, die Aufklärung verlief, gelinde gesagt, holprig. Und der amtierende Kölner Erzbischof Rainer Maria Woelki hat nicht gerade Bella Figura gemacht, hier auch schon erwähnt, einmal seine Entschuldigung, dass er sich dafür entschuldigt, dass die Kritik, die die Medien äußern, die Gemeinde belasten würde. Das war lange Zeit so das Höchste der Gefühle, was er sich da abgepresst hatte. Und nun wurde dann ein Gutachten einer Münchner Kanzlei, das wurde zurückgehalten, weil methodische Mängel darin zutage getreten sein sollten, Anwendungen gefunden haben sollten und Fragen des Datenschutzes, des Betroffenenschutzes nicht ordentlich geklärt seien. Und deshalb hat das Erzbistum Köln ein weiteres Gutachten bei der Anwaltskanzlei Gerke und Wollschläger in Köln in Auftrag gegeben im Oktober des vergangenen Jahres. Die Kollegen von der Kanzlei haben also ganz offensichtlich wirklich Großes geleistet. Die haben nämlich ein 900-seitiges Gutachten seit Oktober hergestellt, das jetzt veröffentlicht worden ist. Und in dem Gutachten finden sich Hinweise auf 202 Beschuldigte und 314 Betroffene sowie Pflichtverletzungen durch den ehemaligen Erzbischof Kardinal Meißner. Herrn Woelki sind keine direkten Pflichtverletzungen attestiert worden. Und es werden in dem Gutachten besagte Hinweise auf 202 dieser Pflichtverletzungen aufgezeigt und in einer sehr, sehr breit angelegten, auf mehr als 800 Seiten dann niedergelegten Untersuchung wurde geprüft, ob sich dort höhere Verantwortungsträger in der Kirche Pflichtverletzungen vorwerfen lassen müssen. Also der Fokus war jetzt nicht, der Gegenstand der Untersuchung war nicht zu gucken, wo hat es Missbrauch gegeben, sondern der war darauf gerichtet, wie ist damit umgegangen worden. Und da wird also ganz besonders der Vorgänger des jetzigen, des amtierenden Erzbischofs, der Vorgänger war der Kardinal Meißner, ein, ja. Den, also kenne ich persönlich, ist jetzt übertrieben, aber ich habe mit dem tatsächlich mal eine Messe gedient. Ja, dann. Da war der in Friesdorf. Ja. Da habe ich ja Glück, dass wir nicht gemeinsam in der Sakristei waren allein. Nein, das kann man ihm wohl, das wird ihm nicht vorgeworfen, dass er selber missbräuchlich tätig geworden sei. Also wie gesagt, es geht, ich verstehe natürlich schon Scherz, aber es geht, in diesem Fall muss man vielleicht ein bisschen auseinanderhalten, in der Tat auch nur darum zu sehen, ob die Verantwortungsträger der Kirche vom Erzbischof noch zwei, drei oder vier Stufen abwärts, ob die sich durch Vertuschung, sagen wir mal, Pflichtverletzungen haben, zur Schulde kommen lassen. Dieser Kardinal Meißner wurde zu seiner amtierenden Zeit, also außerhalb des Erzbistums, der unmittelbaren Mitarbeiter des Erzbistums Köln, wurde der immer als erzkonservativ bezeichnet. Der war also wirklich gegen alles, was Spaß macht und noch ein paar andere Sachen. Und da gibt es also mit Blick auf den, deshalb würde ich hier den Rahmen sprengen, das ganze Gutachten zu betrachten, aber mit Blick auf Herrn Meißner gibt es einen ganz, ganz eindrucksvollen Vorgang. Herr Meißner sagte nämlich im Deutschlandfunk im Jahr 2015 auf die Frage, was er gewusst habe, als das Thema Missbrauch 2010 öffentlich wurde. Da sagte er Folgendes auf die Frage, wörtlich, ich habe das auch im Original gehört, das kann man auch nachhören. Nichts geahnt, nichts geahnt, wissen Sie, ich habe mir das auch nicht vorstellen können. Das hat der Kardinal gesagt und dieses Gutachten, das jetzt veröffentlicht worden ist, das hat unmissverständliche Hinweise oder tatsächlich eindeutige Hinweise darauf geliefert, dass Herr Meißner von den Missbrauchsfällen gewusst hat und diese Missbrauchsfälle in einer Vielzahl wiederum von einzelnen Fällen pflichtwidrig nicht genannt, nicht aufgeklärt, nicht gemeldet und oder nicht sanktioniert hat. Das Gutachten stellt, die haben also so einzelne Vorgänge untersucht, stellt sechs Verstöße gegen die Aufklärungspflicht, neun Verstöße gegen die Meldepflicht und zwei Verstöße gegen die Sanktionierungspflicht, der Person fest, die gesagt hat, ich habe nichts geahnt von Missbrauchsfällen in der katholischen Kirche. Im Zeitraum von 1989 bis 2013 hat er, eben, in 23 Fällen werden ihm Pflichtverletzungen attestiert, bei denen er, wie gesagt, gegen Aufklärungspflicht, Meldepflicht oder Sanktionierungspflicht, sexuellen Missbrauchs in seinem Erzbistum verstoßen hat. Und ja, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist das eine, was dieser Mann, nichts geahnt, nichts geahnt, sagt er wörtlich, muss man sich echt anhören, da graust es einem. Es ist auch eine, es ist auch tatsächlich eine Lektion darin, wie man, ja, wie kritisch man Aussagen von Menschen in bestimmten Drucksituationen bewerten muss. Der sagt so, eiskalt lügt der Mann. Es ist eiskalt, eindeutig. Der sagt, ich war nicht da am Tag des Mordes. Und in Wirklichkeit war er da. Das sagst du als Strafverteidiger. Und war vielleicht sogar der Mörder, ja. Es ist echt faszinierend, weil er ist sowas von überführt, das gibt es gar nicht. Und dann ein Ausdruck, der natürlich besonders griffig ist, der spart es einem auch 800 Seiten zu lesen. Deshalb besonders griffig fasst es ja der Begriff Brüder im Nebel zusammen, dem du ja vielleicht auch begegnet bist. Und der Begriff Brüder im Nebel, der ist auf folgendes Phänomen zurückzuführen. Es gibt nach dem Kirchenrecht, das ist also auch eine Auseinandersetzung wirklich mit Details des Kirchenrechts, ganz beeindruckend, gibt es geheimhaltungsbedürftige Dokumente. Die werden dann auch nach der kirchenrechtlichen Aktenordnung, werden die in ein Geheimarchiv überführt. Und alle Voraussetzungen, in dieses Geheimarchiv überführt zu werden, erfüllten diese Missbrauchsfälle, Verdachtsfälle. Neben dem Geheimarchiv hatte aber jedenfalls Erzbischof Dr. Meissner einen separaten Aktenordner angelegt, in dem er so nur für sich Superchefsachen bewahrte. Und diesem Aktenordner hatte, da waren halt so Hinweise auf Missbrauchsfälle drin, wo er sagt, ach, da muss ich mir nochmal irgendwie 20 Jahre überlegen, bevor ich da was tue. Oder da müssen wir gucken, ob wir denen nicht irgendwo auf einen anderen Posten kriegen oder sowas. Diesen Aktenordner, den die Kanzlei jetzt auch untersucht hatte, der hatte den Titel Brüder im Nebel. Und, tja, krass, da fällt einem echt, das zieht einem echt das Blech weg. Und es ist auch, in diesem Gutachten haben die dann so gesagt, ja, was haben sie denn untersucht? Und da ist noch so, es gab dann von der Glaubenskongregation, gab es ein Vadimekum der Kongregation für die Glaubenslehre, damit die... War ja der Ratzinger der Vorsitzende. Ja, es war lange Zeit unklar, einfach, es gab keine, das erwähnt das Gutachten auch, um den meisten auch so ein bisschen, zu dessen Gunsten wird das dann da erwähnt, dass also lange Zeit in der katholischen Kirche gar keine Handhabe bestand, wie man mit Fällen des Missbrauchs denn überhaupt oder des Missbrauchsverdachtes denn überhaupt umgehen sollte. Und diese Vadimekum, das erklärt das dann später so ein bisschen. Und da wird dann auch definiert, was eine Straftat im kirchenrechtlichen Sinne ist. Also die haben jetzt hier nicht untersucht, ob das nach dem deutschen StGB Straftaten waren, sondern Straftaten im kirchenrechtlichen Sinne haben also diesen Pflichtenkanon, den diese hohen Kleriker da hatten, aus dem Kirchenrecht abgeleitet. Das ist auch, würde ich sagen, methodisch vollkommen richtig. Und haben gesagt, ob anhand des Kirchenrechts eine Straftat vorliegt oder ein Straftatverdacht. Und da kann man mal sehen, was das Kirchenrecht als Straftat definiert. Was ist eine Straftat? Straftat nach der Definition der, oder nach dieser Erläuterung der Glaubenskongregation, ist jeder äußere Verstoß gegen das sechste Gebot des Dekalogs, der von einem Kleriker mit einem Minderjährigen begangen wurde. Und da kann man im Codex Juris Canonicus, im Kirchengesetzbuch, kann das in Paragraf 6. Und weitere Erläuterung, und da muss man schon natürlich aufpassen, die Typologie der Straftat ist sehr weit gefasst und kann zum Beispiel sexuelle Beziehungen, einvernehmlich oder nicht einvernehmlich, das wird da alles gleich behandelt, physischen Kontakt mit sexuellem Hintergrund, Exhibitionismus, Masturbation, Herstellung von Pornografie, Verleitung zur Prostitution und noch weiteres umfassen. Also da kriegt man so ein bisschen Eindruck, aus welcher Perspektive die katholische Kirche Straftaten nach Kirchenrecht, sexuell bedingte oder inhaltlich sexuelle Straftaten nach Kirchenrecht, aus welcher Perspektive die betrachtet wurden, nämlich aus dieser Perspektive Verfehlung dieses Mannes, Gottes, in seinem Amt als Priester auf Erden. Und deshalb wird da auch letztlich systematisch das gleich gefasst, ob jemand jetzt einen 13-Jährigen missbraucht oder ob er sich der Masturbation hingibt. Das ist so systematisch geht das in die Richtung Verfehlungen des Priesters. Da hat er also nicht die, im Mittelpunkt steht nicht die Sphäre des Opfers, nicht die Verletzung einer jungen Seele dort, sondern im Mittelpunkt steht, dass da jemand sein Gelübde oder sein Gelübnis, dass er seine Weihehaftigkeit gegenüber Gott verletzt hat dadurch. Das ist ein gruseliges Phänomen, auch im deutschen Strafprozess steht jetzt nicht das Opfer als solches im Vordergrund. Das ist jetzt auch kein Opferstrafrecht, aber man differenziert doch etwas mehr. Ja, das jedenfalls hier. Also man kann sich das Stichwort Brüder im Nebel merken. Da kann man schon vieles daraus ableiten. Eine glatte Lüge hingelegt vom Mann Gottes, Erzbischof seinerzeit Meissner und Dr. Meissner. So viel Zeit muss sein. Nichts geahnt, nichts geahnt. Ja, also ich... So viel erst mal dazu. Vielleicht noch dieser eine Punkt, dieses Gutachten, da ist es schwer zu sagen, aber es ist jedenfalls schon ein sehr beachtlicher, systematischer Schritt, Pflichtverletzungen da aufzuklären. Es hat natürlich seine Begrenzung, die es aber auch ganz klar benennt. Da wird jetzt nicht der Missbrauchsskandal der gesamten Kirche aufbereitet und den Opfern geholfen, aber es werden schon sehr präzise Punkte benannt. Herr Woelki ist recht gut dabei weggekommen. Also dem wird keine konkrete Pflichtverletzung hier attestiert. So, ja, gutes Ding ist im Internet drin, kann man sich mal angucken. Ist schön, also PDF, gute alte deutsche PDF erschlossen. Kann man mitarbeiten. Ist also ein beachtliches Dokument. Ja, also ich finde das am Ende des Tages noch immer ein bisschen unbefriedigend, weil ich nicht das Gefühl habe, dass, also ja, in sich genommen, unbeeindruckend, das Dokument will ich gar nicht in Abrede stellen, aber ich glaube, wir beide haben nicht das Gefühl, dass dadurch sich irgendetwas an dem systematischen Problem innerhalb, an dem systematischen Problem ändert, das da nämlich ist, Missbrauch in der katholischen Kirche und wie er durch die Institutionen dieser Kirche gedeckt wird. Ja, das ist ein Aufklärungsschritt. Auch der Herr Woelki hat ja schon Maßnahmen tatsächlich ergriffen im Umgang mit dem Missbrauch in der katholischen Kirche. Es gibt Fortschritte, die Betroffenen und Betroffenen-Vereinigungen bezeichnen diese Fortschritte als natürlich viel, also too late, too little. Und ja, also das Gutachten ändert jetzt an der Gesamtproblematik. Natürlich will ich fast sagen, nichts, klar, das löst das nicht, ist ein Schritt, nicht mehr, nicht weniger, aber ja, ich finde das eindrucksvoll aus fachlicher Sicht. Ich finde das jetzt nicht eindrucksvoll in dem Sinne, dass ich sagen würde, wow, da hat die Kirche aber endlich den Hammer fallen lassen. Endlich ist der Groschen da gefallen. Nein, allein in diesem Sinne, in diesem vorrangig fachlichen Sinne, will ich dieses Gutachten hier als eindrucksvoll bezeichnen. Nee, so richtig erledigt ist damit letztlich gar nichts. Aber es bietet tatsächlich einen tiefen Einblick auch in diese Kirchenstrukturen, in diese kirchenrechtliche Struktur, was ja nochmal ein komplettes Rechtssystem neben dem weltlichen ist, in dem diese Einzelheiten bis hin zur Aktenordnung, zu Geheimarchiven und Giftakten spielen da auch noch eine Rolle, dieses ganze Regelsystem angeht. Und da haben die sich tatsächlich die Mühe gemacht, dieses Regelsystem, das man als solches natürlich in unserer Zeit schon arg kritisieren kann und muss, dieses Regelsystem trotzdem zu nehmen und anzuwenden. Und selbst innerhalb dieses Regelsystems haben die noch eine dreistellige Zahl von Pflichtverletzungen festgestellt. Also das ist schon ein Werk, aber im Ergebnis hat sich damit nichts geändert. Der Herr Woelki sitzt jetzt sogar noch ein bisschen fester im Stuhl, obwohl er sich da unmöglich benimmt. Und die Opfer, die Verletzten, die Geschädigten, naja, würde ich sagen jetzt auch, na prima. Hat es der Meißner auch gewusst, na super. Und was ich, weil ich ja immer darum bemüht bin, gerade bei solchen extrem unschönen Sachverhalten irgendwie den Silberstreif am Horizont zu suchen, wäre ja für mich nochmal die Frage, aber das weißt du als Strafverteidiger bzw. Mensch, der sich schon sehr lange mit Strafrecht beschäftigt, besser. Aber wir hatten ja in einer der vergangenen Folgen mal darüber geredet, wie man die Verjährungsfristen bei so Missbrauchsstraftaten schon mal irgendwie verändert hat, dass die Leute, also dass der Missbrauch, also dass die Verjährungsfrist erst anfängt zu laufen, wenn das Opfer 18 Jahre alt geworden ist. Ich stelle mal ganz blöd die Frage, kann man, kann man, also kann man das vielleicht noch andere Verjährungsfristen oder man sagt, es gibt überhaupt gar keine Verjährung, wenn das Ganze im kirchlichen Kontext stattgefunden hat oder irgendwie so, ja, also weil ich, das muss, das ist wahrscheinlich historisch gewachsen, dass die Kirche, die katholische Kirche insbesondere da mit Glaseehandschuhen von der Staatsanwaltschaft so angefasst wird. Aber stellen wir uns nun mal vor, das würde, das wäre jetzt nicht in, ja, einer der größten, reichsten Diözesen der katholischen Kirche auf der Welt passiert, sondern in einer Koranschule in Köln, in irgendeinem Hinterhof. Systematisch hätte der, systematisch hätte der Imam die armen Koranschüler und Schülerinnen über Jahrzehnte lang missbraucht und es hätte einen Ordner gegeben mit den, mit den Nebelimamen und sonst irgendwas. Imame im Nebel, genau. Gorillas und Imame im Nebel. Ja, und dann hätte man, und dann hätte man, da wäre die Staatsanwaltschaft wahrscheinlich direkt mit der Panzerhaubitze 2000 da in die Moschee reingefahren und hätte direkt den ganzen Laden platt gemacht, so ohne Prozess. Er will nur damit sagen, wie kommt das, dass diese Institution trotz dieser, also trotz dieser Geschichte des systematischen Missbrauchs, warum diese Institution dann noch immer von der, von der, von den Ermittlungsbehörden so geschützt wird. Das ist jetzt ein Thema, das sich unabhängig, das sich von dem Gutachteninhalt jetzt loslöst stellt. Also das hat damit, mit anderen Worten, das hat damit nichts zu tun mit dem Gutachten. Das will ich nur klarstellen, weil es mir wichtig ist, dieser Punkt, dass das Gutachten nicht Missbrauchsfälle, sondern den Umgang mit Missbrauchsfällen zum Gegenstand hatte und das aufklären wollte. Aber das nur nochmal der Klarheit halber, nicht, dass jemand meint, hier sind Missbrauchsfälle aufgeklärt worden. Nein, allein der Umgang. Und die, ich möchte hoffen, ich hoffe auch, dass Staatsanwälte, Staatsanwaltschaften aktuell Missbrauchsfällen im kirchlichen Kontext doch mit der gebotenen, mit dem gebotenen Aufklärungswillen begegnen. Was will ich sagen, dass sie da nicht weiter schonen. Aber die erste Schonung ist innerhalb der Kirche geschehen. Das ist, beziehungsweise da liegt die Problematik, nicht, dass sie geschont werden. Dafür muss es ja überhaupt erstmal nach außen dringen. Die Grundproblematik ist, dass diese Taten nicht nach außen gedrungen sind. Die Grundproblematik ist da, wo selbst der Oberchef, sprich der Kardinal, wo der Oberchef da so eine Geheimakte anlegt, Brüder im Nebel, und dann dafür sorgt, dass die von allerhöchster Stelle dann eben aus der Seelsorge in der Gemeinde Syrt irgendwo zum Missionarsdienst in den, weiß ich nicht, irgendwo anders hin versetzt werden, wo es nie weniger auffällt oder erst später. Also die Verduschung liegt ganz klar da. Ich glaube weniger an eine Zurückhaltung der Ermittlungsbehörden bislang und habe die Hoffnung, dass sie in Zukunft, wenn Missbrauchsfälle innerhalb der Kirche auftreten, dass sie dann da genauso krass vorgehen, wie sie das anderenorts auch teilweise zeigen. Ja, ich würde aber dem nochmal erwidern wollen, dass es ja andere Phänomenbereiche der Kriminalität gibt, zum Beispiel Drogenhandel oder so, wo sich die Polizei eines breiten Arsenals von Überwachungsmaßnahmen irgendwie bedient. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, Priester überwachen ist ein bisschen schwierig, weil die haben ja auch... Ja gut, das sollte man schon sein lassen. Wie heißt das? Schweigepflicht. Schweigepflicht. Und jetzt das große Aber, der Staatsschutz hat ja auch kein Problem damit, wenn es um Kriminalität zum Beispiel im Bereich Rechtsextremismus geht, V-Leute anzuheuern. Ja, das wäre schon wünschenswert, dass da alle Ermittlungsmöglichkeiten ausgeschöpft werden. Ich gebe gerne zu, dass das noch nicht so zu Ende gedacht ist. Aber ich finde, es gibt einen Unterschied zwischen... Ja, bei der katholischen Kirche, da wird ja wohl alles in Ordnung sein. Und wenn der Kardinal Meißner im Deutschlandfunk sagt... Nichts geahnt. Ich habe nichts geahnt, dann wird das ja schon stimmen. Es gibt einen Unterschied zwischen dem und dass man sagt, ja, also aufgrund einfach unserer Erfahrungen über die letzten 2000 Jahre mit der katholischen Kirche und dem Thema Missbrauch müssen wir als Polizei und als Staatsanwaltschaft quasi proaktiv ermitteln und können uns eben nicht darauf verlassen, dass da Straftaten zur Anzeige kommen. Ja, das ist eine schöne Idee. Also ich bin... Das kann ich jetzt auch noch spontan was zu sagen. Habe ich auch noch nicht wirklich drüber nachgedacht. Es ist so, dass Eingriffe jetzt... Das sind ja alles Eingriffe im Fall der Kirche eine noch etwas erweiterte Abwägung von Grundrechten voraussetzen. Klar, anders als bei uns in einer rechtsextremen Kombo ist hier das Grundrecht der Religionsfreiheit sicherlich noch mit zu berücksichtigen und ähnliches. Aber nach meiner Spontanwertung gibt es jedenfalls keine prinzipiellen Gründe. Also dieses Staatskirchenrecht, das ist super komplex. Dieses Verhältnis Staatskirche in Deutschland ist nicht ganz konsequent gelöst. Aber es kann in unserem Rechtsstaat keinen fundamentalen Grund geben, der dagegen spreche, dort genauso zu ermitteln, wie das in anderen Kontexten auch geschieht. Das heißt also prinzipiell muss es möglich sein, da genauso zu ermitteln, Straftaten aufzuklären, wie beim Flügel oder irgendeinem Schweinekopffest von Rechtsradikalen andernorts. Ja, und da muss man dann meinetwegen im Zweifelsfall auch irgendwie kreativer werden. Also ich meine, es gibt ja, es gibt ja schon ein, ein, sag ich mal, auch Netz, wo natürlich jetzt zum Beispiel Kinderärzte, ne, denen wird ja auch irgendwie, äh, ist es ja auch Teil der Ausbildung, sag ich mal, Missbrauch irgendwie zu erkennen. Dann melden die den ja auch irgendwie der Polizei, da muss man halt herausfinden, in welchen Zusammenhängen ist das irgendwie geschehen oder sonst irgendwas. Ich will halt damit nur sagen, ich habe halt, ich habe halt tatsächlich das Gefühl an dieser Stelle, ähm, ja, dass die, dass da von seinen Ermittlungsbehörden halt eben nichts getan wird. Und ich finde, da müsste sich halt was ändern. Da müsste es, da müsste es eben auch ein Mentalitätswechsel bei der, weil, das kann doch, das kann mir doch keiner erzählen, also mir kann wirklich keiner erzählen, dass dann solche Fälle, die dann da vom Kardinalmeister gedeckt wurden sind, dass das dann nicht innerhalb des Bistums bekannt ist. So, und dann musst du dann halt als Ermittler innerhalb des Bistums da mal irgendwie deine, deine, äh, Ohren aufmachen. Ja, oder einfach in jede etwas, etwas größere Diözese ein paar V-Leute rein. Ja, ja, V-Leute in die Sakristeien, das ist, äh, denke ich mal ein ganz guter, das ist ein ganz guter, ähm, Schlusspunkt. Außer natürlich noch der Hinweis darauf, äh, dass man, ähm, aus der katholischen Kirche austreten soll, wenn man... Was in Köln ja schwierig ist momentan, weil die Termine... Weil es keine Termine gibt beim Amtsgericht, ne. Ja, das ist auch schon, das finde ich auch interessant, ne, also zum Beispiel ein Parteiaustritt, das ist ja eine, dann irgendwie so einseitige Willenserklärung, ne, also wenn ich jetzt irgendwie twittern würde, ich trete aus den Grünen aus, dann, bumms, bin ich ausgetreten. Ähm, aber dass, dass du, dass du zum Amtsgericht musst, um aus der Kirche auszutreten, das ist tatsächlich wahrscheinlich, vielleicht sogar auch eine Besonderheit in Deutschland. Ich weiß es nicht, wie es... Ja, also ich meine, das hängt mit dem, mit diesem Staatskirchenrecht zusammen, das, ähm, von, aus der Weimarer Verfassung ja ins Grundgesetz transformiert worden ist, äh, in weiten Teilen übertragen ist, äh, ich hab keine Ahnung davon, deshalb kann ich da nicht... Deshalb könnte ich da viel zu sagen, es wäre dann aber nicht richtig. Und ich, äh, es geht einher, natürlich mit diesem, ich weiß nicht, ob einmaligen, aber jedenfalls, äh, für viele sehr ungewöhnlichen System der Kirchensteuererhebung in Deutschland. Ja, das hatte ich, das, damit habe ich mich beschäftigt, weil das haben wir, das hatten wir ja seinerzeit beantragt im Berliner Abgeordnetenhaus, dass das Land Berlin für die, also für die Kirchen, die, äh, Kirchensteuern nicht mehr einziehen soll, ne? Weil das, äh, ja, hatte, hatte keine Mehrheit, äh, gefunden, die Kirchen sind, sitzen hier gut im Sattel. Haben die Lobbyisten ausschwärmen lassen, meinst du? Aber, und das war interessant, das habe ich dann nämlich auch erst im Rahmen der Beratung herausgefunden, äh, darauf wies dann ein Kollege der Linkspartei hin, in Bayern ist es so, in Bayern, äh, ziehen die Kirchen, äh, die Kirchensteuer, äh, selber ein. Hm. Ja, also es geht, es geht auch. Und, ähm, das hatte aber vor allen Dingen den Grund, weil man wohl in Bayern nach der Gründung der Bundes-, also nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges und vor der Zeit, bevor das Grundgesetz, äh, galt, hatte man so ein bisschen Angst, weil man nicht wusste, ob, äh, ob das Kirchensteuerrecht, ähm, ob das quasi noch so übernommen wird aus der Weimarer Verfassung. Und dann ist man dazu vorgekommen und hat da in die Bayerische Verfassung reingeschrieben, dass die Kirchen, also selbst die Kirchensteuer da erheben, äh, dürfen. Ich weiß jetzt nur nicht, wie es im internationalen Vergleich ist. Ich glaube, im internationalen Vergleich ist es in der Tat schon auch sehr ungewöhnlich, ähm, dass die staatliche Kirchensteuer erhoben wird, oder die Kirchensteuer staatlich eingetrieben wird, ist auch sehr ärgerlich, muss mir das jetzt auch mal, aber ich nehme das mal zum Anlass, mir das persönlich zu überlegen, wie ich mich da verhalte. Und, ähm, ja. Schön. Also ich finde, die Kirchensteuer ist da jetzt der letzte Grund, aus der Kirche auszutreten, ne? Aber sie ist natürlich ein weiterer Grund, weil du, weil du sagst, das ist ein Scheißverein und da sollte man kein Mitglied sein. Und, ähm, äh, äh, ich hab, und ich muss aber diese Scheiße auch nicht, äh, querfinanzieren, ne? Also das ist ja das Schlimmste, wenn man sich halt überlegt, äh, ich, ich, das ist nicht nur ein komischer Verein, sondern ich hab mit meinem Geld auch noch ermöglicht, dass solche Straftaten irgendwie passieren, ne? Ja, ich hab das ja in, in der, äh, evangelischen Kirche, wenn ermöglicht. Ja, gut, äh, da kenn ich mich nicht aus. Ja, ich auch nicht so richtig. Ähm, ähm, ich hab mich da echt was entfremdet, muss ich sagen. Aber das hätte ich jetzt gar nicht so gedacht, dass du gar kein religiöser Mensch bist. Komisch, ne? Fällt mir jetzt, äh, fällt komisch, fällt mir erst jetzt auf. So, ähm, ich würde gerne noch, weil wir uns jetzt ja langsam dem Ende nähern des Podcastes, mir ist noch ein Thema auf, eingefallen, Ulrich, da müssen wir ganz kurz drüber reden. Ja. Müssen wir ganz kurz drüber reden. Wir hatten ja in der letzten Woche über diese Masken, äh, Geschäfte, äh, da hier von dem Nüßlein und dem Löbel gesprochen und so, ne? Das Erste. Brüder im Nebel. Dann sind Brüder im Nebel. Da ist ja dann, da ist ja dann, sind dann ja noch weitere CDUler, ähm, äh, hops gegangen. Am geilsten finde ich diesen Typen von der CSU, äh, auch so Mitte 30, der sich vollkommen verabschiedet, aber ohne genau zu sagen, warum. Ich habe jetzt den Namen leider vergessen, ich liefere das nach und was, ähm, also ich dazu noch sagen wollte, das ist etwas, das ist meiner Mutter aufgefallen, das fand ich auch ganz gut, dass das jetzt diese ganzen Leute, die da bei der CDU und CSU da jetzt so auffliegen mit diesen Geschäften, dass das alles so Leute Mitte 30 sind, das fand ich, äh, eine bemerkenswerte Feststellung. Ich weiß allerdings nicht, ob da, ähm, ob man da jetzt irgendeine Korrelation mit Kausalität verwechselt oder so, weil, äh, ich habe mir dann einfach so gedacht, naja, die älteren CDU, CSU-Abgeordneten, die wissen halt, wie man so ein Ding dreht, ohne dass man sich direkt beim ersten Mal da irgendwie, ähm, finden lässt. Geil fand ich auch den CDU-Abgeordneten, der eine Beratungsfirma gegründet hat und dann als Telefonnummer, äh, für die Beratungsfirma, äh, das, sein, sein Wahlkreisbüro oder sein Bundestagsbüro angegeben hatte. Ähm, das ist, da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich bin mir schon fast sicher, dass das mindestens ein Ordnungsgeld ist, wenn nicht sogar strafbar, weil du verwendest dann ja deine Ressourcen, die du für den Deutschen Bundestag in Arbeit als Parlamentarier bekommen hast, benutzt du dann ja für den Betrieb eines Wirtschaftsbetriebes und das, das geht, also das, dafür steht die Bundestagsverwaltung auch echt keinen Spaß. Das ist richtig, das wird richtig unschön, ja, also das dann auch alles aufzudröseln und so, ähm, das fand ich gut, aber, was ich vergessen hatte, worüber ich eigentlich ganz kurz reden wollte, weil wir sind ja auch ein kompakter Podcast, diese sogenannte Ehrenerklärung, das, äh, das, das, äh, hatten wir letzte Woche nicht auf dem Schirm, weil das da noch nicht Thema war, diese Ehren, sogenannte Ehrenerklärung, die da abgegeben worden ist von Abgeordneten der CDU und CSU, und da wurde ich auch durch, ähm, FollowerInnen auf dem Kurznachrichtendienst Twitter, ähm, hingewiesen, dass, dass, dass eine Ehrenerklärung, das zeigt auch jetzt hier schon das mitgelieferte Lexikon, äh, ist ja gar nicht das mitgelieferte Lexikon, sondern es ist der Duden, es ist halt einfach der falsche Begriff, weil eine Ehrenerklärung ist laut Duden der öffentliche Widerruf einer Beleidigung oder verleumderischen Behauptung. Das ist eine Ehrenerklärung, du kannst nicht eine Ehrenerklärung für dich selber abgeben, wenn du, wenn du das, was die CDU da meinte, aber das Wort hat sie nicht verwendet, weil das, weil das Wort noch verbrannter ist als Ehrenerklärung, war das Wort Ehrenwort, ja, also wenn du quasi schwörst. Herr Dr. Barschel. Herr Dr. Barschel, so, und Ehrenerklärung, ähm, ist also der vollkommen falsche Begriff und was ich in dem Zusammenhang auch echt noch interessant finde, ist, weil, äh, ist das, welche Beispiele hier in dem, in dem, äh, Wikipedia-Artikel zum Thema Ehrenerklärung abgegeben worden sind. Gemäß der Forderung aus Artikel 1 der Himmeroder-Denkschrift vor dem Hintergrund der deutschen Wiederbewaffnung gab der damalige Oberbefehlshaber der NATO-Streitkräfte Dwight D. Eisenhower gegenüber Bundeskanzler Konrad Adenauer am 23. Januar 1951 eine Ehrenerklärung für die Soldaten der Wehrmacht ab. So, im selben Zusammenhang gab dann am 3. und jetzt bitte anschneiden, im selben Zusammenhang gab dann am 3. Dezember 1952 Konrad Adenauer ebenfalls eine Ehrenerklärung für die Soldaten der Wehrmacht vor dem Deutschen Bundestag ab. Diese Erklärung wurde am 17. Dezember 1952 auch auf die Angehörigen der Waffen-SS erweitert. Also, ja, sehr guter Punkt. Also, die Ehrenerklärung, das Einzige, was an der Bezeichnung richtig ist für diesen Akt, der jetzt aktuell damit bezeichnet wird, ist, dass die Ehrenerklärung typischerweise ohne jegliche rechtliche Wirkung ist. Und keine, das ist keine rechtsgeschäftliche Erklärung in dem Sinne. Also, das hat keine Rechtswirkung. Du kannst natürlich auch lügen in der Ehrenerklärung und genauso wie du es ein falsches Ehrenwort geben kannst. Nein, das kommt noch erschwerend hinzu. Ich habe deinen Punkt verstanden, dass es schon inhaltlich schon falsch ist, schon von der Konstellation her falsch. Und hinzu kommt noch ungeachtet dessen, dass es so ein Instrument ist, das völlig zahnlos ist. Ja, vor allem bei Unterlassungserklärungen macht man ja nicht umsonst, dass man eine Strafbewährung vorsieht. Ja, die Ehrenerklärung, das ist halt Augenwischerei letzten Endes. Das ist ein Marketing-Gag. Es ist ein Marketing-Gag und ich finde es auch deswegen nochmal so extra bizarr und so extra peinlich, weil da ja so Selbstverständlichkeiten drin standen. So wie, ich benutze meinen, also ich paraphrasiere jetzt, aber so Sachen so sinngemäß, ich benutze mein Mandat nicht für persönlichen, wirtschaftlichen Vorteile. Ich begehe keine Straftaten. Ja, genau, ich begehe keine Straftaten, ich esse keine Kinder oder so. Ja, also bei diesem... Ja, und also das fand ich schon mal, das fand ich schon mal, ja, so grotesk. Das ist auch ein Etikettenschwindel, weil es hat mit Ehre nichts zu tun und ist keine Erklärung im rechtsgeschäftlichen Sinne. Bei diesem, in diesem Zusammenhang, gute Gelegenheit, auch einmal noch zu warnen vor der eidesstattlichen Versicherung. Die fehlt eigentlich in diesem Zusammenhang noch, dass die gegenüber Armin Laschet eidesstattlich versichern. Auch das wäre ein grober Etikettenschwindel. Man darf, was hier nochmal so aus Allgemeinbildungsgründen der juristischen Allgemeinbildung, eine eidesstattliche Versicherung hat einen ganz engen Anwendungsbereich. Nur in den Fällen, in denen das im Gesetz steht, dass die eidesstattliche Versicherung rechtliche Wirkung hat, ist die Abgabe einer falschen eidesstattlichen Versicherung auch strafbewehrt. Das heißt, wenn ich eine falsche eidesstattliche Versicherung im Rahmen eines Insolvenzverfahrens, eines Vollstreckungsverfahrens abgebe, dann ist das strafbewehrt. Wenn ich aber irgendwie sage, nee, ich habe keine Maskendeals gemacht, ich habe hier schon eine eidesstattliche Versicherung beim Notar hinterlegt, dann sagen wir, super, das Papier nicht wert. Das noch in diesem Zusammenhang. Genau, und noch ein weiterer Hinweis, weil da wurde schon auf dem Kurznachrichtendienst-Twitter drauf hingewiesen, dass natürlich auch das Konzept der Ehre ohnehin komplett schnulli ist. Ja, schnulli ist in der Tat auch der Fachbegriff, wie er in strafrechtlichen Diskussionen verwendet wird. Der strafrechtliche Ehrenschutz auch immer wieder ein ganz weites Feld. Ich empfehle jedem einmal die Kommentierung in dem am besten zugänglichen Kommentar von Fischer sich zu Beleidigungen anzuschauen. Es ist immer wieder, man hat den Eindruck, dass Beleidigungen im Wesentlichen gegenüber Beamten erfolgen und wenn es nicht gegenüber Beamten ist, eigentlich Beleidigungen ausschließlich im Straßenverkehr stattfinden. Und es ist eigentlich ein Taschenpanoptikum. Also Ehrenschutz, also der Begriff, das ist halt auch echt ein Konzept. Das ist ein Konzept, das ist, ja, das ist überholt. Aus dem vorletzten Jahrhundert, im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn man sich den Tatbestand, also man sagt ja eigentlich immer so, ja, Mensch, hier Gesetz, Strafgesetz muss bestimmt sein, damit man auch weiß, was man darf und was man nicht darf. Da kann man auch in der Tat mal ein paar Jahre auf 185 des Strafgesetzbewusstes gucken. Da steht ja, wenn man sich diese Kommentierung anguckt und sieht, was alles Beleidigungshandlungen sind. Da sieht man, da steht also nur drin, die Beleidigung wird mit Freiheitsstrafe und so weiter bestraft. Ja, also Augen auf. Toll. Ja, vielleicht, um nochmal ganz zum Schluss zu unterstreichen, wie Schnulli dieses Konzept der Ehre ist. In der Wikipedia wurde verlinkt aus Johann Georg Krünitz ökonomische Enzyklopädie Band 10 zweite Auflage 1785 Seite 189 und da wird erklärt, wie das mit der Ehrenerklärung aussieht. Eine feierliche Erklärung, dass man jemanden, dessen Ehre oder guten Namen man angegriffen, für eine ehrliche Person erkenne. Es findet dergleichen nur in zweifelhaften Injurienfällen statt und wenn der Beklagte selbige vor Gericht leistet, lässt der Kläger sich daran billig begnügen und darf auch jener den gehabten Willen und Vorsatz, den anderen zu injurieren oder zu beschimpfen, nicht abschwören. Zuweilen muss auch sogar ein Vorgesetzter seinem Subalternen, dem er Unrecht getan hat, nach Gelegenheit mündlich und schriftliche Ehrenerklärung tun. Ja, und dann denke ich mir, da denke ich mir, ey. Ein modernes Rechtsinstrument. Also, crazy, crazy, crazy Shit. Ja, das hat mir noch sehr gut gefallen jetzt, dieser Part, ja. Es macht auch manchmal Sinn, sich einfach 235 Jahre alte Enzyklopädien reinzupfeifen. Kann man immer etwas lernen. Ja, an dieser Stelle würde ich mal sagen, verabschieden wir uns, lieber Ulrich. Ich denke auch. Liebe HörerInnen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt auch gemerkt, dass wir heute mal tagsüber gepodcastet haben und nicht mitten in der... Es ist heller. Es ist heller. Wenn euch dieser Podcast gefällt, gebt uns doch einfach Feedback. Schaut euch im Internet an, wie dieser Podcast unterstützt werden kann. Und dann wünschen wir euch eine schöne Woche und alles Gute. Bleibt gesund und dann hören wir uns demnächst wieder bei Lauer & Wehner Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Macht's gut. Tschüss.